Alle warten auf dich. Ich drück auf bereit. Alle Zuschauer warten auf dich von allen Streamern. Jetzt tanz. Wenn bereit nicht geht, dann tanz. Rechts unten, da steht doch ready, unready oder hast du die deutsche bereit und nicht bereit. Dann drück noch mal drauf. Ich drück drauf. Nein, du klick nicht einmal bereit. Ich bin gar nicht in der Lobby. Doch, ich seh dich. Du bist doch drin. Du bist doch ein ganz wertiger alter Mann, der rauf. Ich bin auch nicht. Und weißt du, Paul, Kaya und ich, wir sind Schweizer, wir halten zusammen. Wir sind Schweizer. Du tust mir echt ein bisschen leid, ne? Paul, du bist als erster dran. Nein, hör auf. Ich krieg Angst. Ich mag sowas nicht. Okay. Ich bin ja wirklich dieser grauhaarige Mann mit ... Okay, was muss ich tun? Was muss ich klicken? Wie funktionieren meine Tasten? Helft mir. Ich würde sagen, wenn ihr ganz frisch seid, dann macht ihr besser keine Generatoren. Hier ist ein Generator. Hier steht M1 Repair. Was muss ich tun? Genau, ganz wichtig. Du drückst auf Rechtsklick drauf. Was aber wichtig ist, da kommt immer so ein Kreis. Und wenn der Kreis kommt, musst du immer den weißen Bereich mit Leertaste rechtzeitig drücken. Das ist echt nicht easy, deswegen Konzentration. Das heißt, wenn du quasi etwa reparierst auf links ... Da kommt ein Killer. Oh, dann musst du jetzt weg und dich ducken. Oh Gott, come on. Scheiße. Scheiße, und wie rennen wir jetzt schnell? Ähm, auf Shift. Ah! Auf Shift, ja. Oh Seid, du machst das schon. Lauft einfach weg von ihm, lauft weg von ihm, lauft weg von ihm. Ich blute. Ja, versteckt euch. Immer schön Slalom laufen, über Sachen drüber springen. Ich kann über Sachen drüber springen? Ja. Mit Leertaste? In Fenster rein, genau. Leertaste, Fenster rein. Ich kann nicht springen. Ich halte meinen Bauch, meine Gedärme kommen raus. Komm ich dann jemand hier? Ich seh dich, ja. Ja, bei mir hinten. Lauf grad aus, lauf grad aus. Oh nein. Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Ja, genau. Lauf grad aus. Hier, hier, komm her. Oh, ich hör ihn, ich hör ihn, ich hör ihn. Komm her, komm her, komm her. Nee! Kannst du mir helfen? Ja, komm her, komm her, komm her. Jetzt gibt's ne Massage mit Happy End, warte. Oha. Die wollte ich wenn, nur von dir. Kaya, wo bist du? Der spricht gar nicht mit mir. Kaya, hör auf. Ey, ich mag das nicht. Lass es zu, Kau. Lass es zu. Tut doch gar nicht so weh. Das ist doch nicht ab 12. Okay, was muss ich auf? Such Synthica und heil sie. Okay, Synthica, was siehst du? Äh, doch. Da ist jemand. Ja, warte, warte, warte. Massage mit Happy End kommt. Kann ich irgendwas einsammeln? Kann ich Paul helfen? Ja, bitte, hilf mir doch. Ich versuch. Oh, scheiße. Ja, einer von euch kann jetzt zu ihm hin und ihm vom Haken holen. Bitte schreck mir das Messer nicht in den Toner. Oh, Entschuldigung. Okay, ich versuch jetzt zu Paul zu kommen. Könnt ihr versuchen zu überleben? Okay. So. Genau, ganz wichtig. Dankeschön für den Tegel. Hier ist das Spinner. Hier ist das Spinner. Du siehst da ab und zu so einen Kreis auftauchen. Da musst du dann immer Leertasten drücken. Ja. Sehr gut, sehr gut. Oh nein, Paul ist tot. Ach man, das ist echt. Paul, ganz wichtig. Okay, ich bin dumm. Wo hängt denn Paul jetzt? Du darfst auf gar keinen Fall einen Fluchtversuch machen, wenn du im Haken hängst. Das sagst du mir jetzt. Ich bin jetzt hier im Ding. Oh. Ich seh den Killer. Ich seh ihn. Lenk ihn ab. Er kommt, er kommt, er kommt. Lauf, 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 lauf. Lauf, Sintika. Oh. Arm ist Pauli. Wer hat denn diesen grünen Rock an, diesen kurzen Mini-Rock? Ich. Wer ist denn ich? Äh, saftiges Gnu. Äh, Gnu, sorry. Gnu. Ich bin nicht mehr saftig. Dankeschön. Oh Kaya, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Kann man auch runter gucken. Wo ist denn, wo ist denn, wo ist... Sagen wir jetzt, wo ich tot bin. Sehe ich euch auf der Map irgendwie? Oh Gott. Oh Gott, der schmeißt Sachen nach mir. Der Killer? Ja. Aber dann ist er bei euch. Das ist sehr gut. Ich repariere hier. Wann muss ich Leertaste drücken? Kaya! Wenn ein Kreis kommt und da ist dann so ein Bereich und ein Bereich, du weißt, was ich nicht meinen, musst du dann immer passend Leertaste drücken. Also Konzentration, weil sonst sieht der, wo du bist. Ja, jetzt kommt der zu dir. Ja, jetzt renne ich mal ganz schnell hier weg. Ist er noch bei dir, Sintika? Ist bei mir ja. Oh Gott. Das ist doch okay. Da kann er doch bleiben. Aber Gnu, warum hockst du denn da jetzt an der Wand? Weil der... Weil ich twerken will vor dir. Weil der hier irgendwo rumchillt. Ich hör den. Okay. Deswegen, ich muss warten, bis er weg ist. Du hast ein Stift in der Hand. Sintika, siehst du ihn noch? Äh... Tatsächlich hab ich das. Ist ein Schlüssel. Er ist hinter dir, das heißt... Jetzt ist er weg. Ja, ich seh ihn jetzt bei mir. Aber... Okay, das heißt, wir könnten hier irgendeine Maschine machen. Ja, aber am besten... Ja, er rennt jetzt wo jemand anderen hin? Erst bei der Maschine? Der macht der Maschine... Was? Erst bei der Maschine? Ist der unten oder oben? Er wollte eine Maschine kaputt machen. Erst unten, glaube ich. Okay. Okay. Ich bin ganz oben, glaube ich. Okay. Paul, wenn du irgendwelche Fragen hast, frag ruhig, ja? Nein, ich guck euch grad zu. Also ich bin grad bei genug. Ups. Okay. Diese Drecksdinger explodieren die ganze Zeit. Kann ich das auch wechseln? Ach, jetzt bin ich bei Tinkalee. Genau. Hi. Hört so eine schmuddelige Jacke an, ne? Ja, das tut mir leid. Da ist der Killer. Wo läuft der hin? Genau, Paul, bleib lieber bei dem Mini-Rockmann. Psst, Rabbe! Er läuft in die falsche Richtung. Sehr gut, er läuft weg vom... Gnus gibt mir gerne Tipps, ne? Ich bin... Ich guck in den Chat. Ich lese euch. Ich kann euch grad nur nicht laut vorlesen. Ja, sehr gut. Bleib bei mir. Wir reparieren das hier jetzt. Okay. Ich muss mich konzentrieren auf irgendeinen Kreis. Hä? Gnus hockt schon wieder in irgendeinem Baum rum. Ja, weil da hinten ist der Kaya. Ach Mann, ich verstehe das mit dem Kreis nicht. Da siehst du? Ach, er ist schon wieder bei mir. Ach, komm. Ach, Kaya, come on. Wenn er bei dir ist, kann er da bleiben. Sag mir, wenn er wegläuft. Kaya, geh weg. Wer ist denn der alte Mann? Ich bin der alte Mann! Der Kaya ist bei dir. Ja. Er ist bei mir. Und er hat mich gebrochen. Ist immer noch bei dir? Ja. Ach, komm on, Kaya. Ich hol dich gleich, hol dich gleich, hol dich gleich. Ich glaube, er lässt mich hier liegen. Lässt mich liegen? Dann kommt er jetzt bestimmt zu mir. I am ängstlich. Ah ne, er holt dich, er holt dich. Sehr gut, das ist aber okay. Er soll da bleiben. Er hängt mich auf. Er kommt jetzt nicht ernsthaft zu mir durch, ne? Oh mein Gott. Okay, muss ich jetzt zu Synthika? Muss ich jetzt zu Synthika da rausholen? Ich soll mich hängen lassen, ne? Ja, ja, nichts machen, nichts machen, nichts machen. Ganz wichtig, wenn ihr hängt, weil er sucht mich jetzt. Macht ihr nichts, ich komm gleich. Kannst du den ablenken, bitte? Kann ich nicht, er sucht mich gerade. Ich hoffe, er findet sie. Siehst du die noch? Der Kaya kommt, lauf weg, jetzt. Nee, der sieht mich nicht. Nee, der sieht dich nicht. Er ist an dir vorbeigelaufen. Ja, okay, let's go. Oh mein Gott, oh mein Gott. Dann kommt er jetzt zu mir, weil hier hinten was explodiert ist. Ich bin zu doof dafür. Oh mein Gott. Ich komme, Synthika. Rett zu mich, Gnu. Hey, da ist ja ein Pferd. Oh. Der ist so ein verdorbenes Pferd. Holy shit. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Jetzt kommt er da schon wieder. Warte, komm mit. Wir gehen kurz hier. Warte, bleib bei mir, bleib bei mir, bleib bei mir. Du bist der alte Mann bei Gnu. Ja, das ist auch gut so. Sorry. Warte, ich mache jetzt Happy End mit, Massage mit Happy End. Oh, pack. Er kommt, sorry. Scheiße, jetzt habe ich nicht gesehen. Ah, ich bin geopfert. Kaya! Geh weg von Schiff. Was ist denn hier? Ah, geil. Ach, Scheiße. Ich glaube, ich mache Happy End und dann so schön aufkommen. Ah, da ist das. Das ist einfach nur ein anderes Happy End. Ich komme gleich. Ich hole dich gleich nochmal. Nicht bewegen, wie gesagt. Tinka, wo bist du denn? Machst du die Generatoren? Ja, ich repariere was. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich drücke das nicht richtig. Sonst hol du kurz Synthika und ich mache schnell die Geräte weiter. Weil jedes Mal, wenn du einen Sound machst, kommt er zu dir. Da ist so eine Spinne. Ja, jetzt musst du die Leertasse drücken. Ich schreie jetzt zu Synthika. Ja, Hilfe! Das ist das Foto-Symbol auf dem Bildschirm. Warte, ich mache es. Ich bin näher dran. Aber er campt. Kennt er da? Warte mal, dann lock ich ihn da weg. Pass auf. Der ist jetzt bei Synthika. Ey, der darf nicht campen. Ich lock den da weg. Pass auf. Wo ist er? Jetzt hat er uns eh schon gehört. Wo? Ja, hau rein. Wo ist er? Ich weiß nicht. Hallo. Hi. Hol sie, hol sie. Warte, ich hol sie. Okay, komm. Lauf mir einfach nur straight hinterher. Wir hauen ab. Together we made it. Aber ich sehe ihn irgendwo. Ich wollte ihn ablenken und zu mir holen. Hier lang? Hier lang? Boah, das ist diese andere Muskelkarte im Arm, ne? Wieso hast du keine Perks? Was sind denn Perks? Ähm, das sind... Ach, das ist voll die komplizierte Kacke. Warte, ich massiere dich kurz. Happy End. Und jetzt. Sieht ihr, wo er ist? Mhm. Ja, Paul, hättest du mal nicht Leertaste gedrückt, ne? Ja, hätte, hätte, hätte. Mich habt ihr ja am Haken gelassen. Drecksäcke. Oh, sorry. Das hat... Au. Oh, da hat mir ein bisschen gesetzt. Bisschen zu hart reingestoßen, sorry. Alles klar. Ey, es sieht doch echt einfach dirty aus. Schön. Aber es ist okay. Ich steh hinter dir und dann... Ja. Und Kaya sagt zu mir, aber du darfst nicht alles sagen, Paul. Ja. Oh, fuck. Doch, bei mir schon. Ich bin ne Drecksau. Ah! Ist der jetzt bei euch? Ja, jetzt geht's keiner auf den grünen Rock. Genau. Hoch der Rock. Nein, der Pflock, du. Warum hältst du dir den Bauch genug? Weil ich gerade aus... Oh, er kommt zu mir. Er kommt zu mir. Oh. Siehst du das nicht? Ich blute. Da ist der Alte wieder. Opferling. Opfer Cynthia. Mitika. Mit... Was? Ah! Scheiße. Danke, Hope. Vielen Dank. Nee, nämlich. Warte, jetzt wriggle ich so hart. Guck mal, Paul, vielleicht ziehst du jetzt unter mein Röckchen. Ja, ich versuch schon gerade den Einstellwinkel zu verändern, aber ich muss dafür in die Optionen... Oh, Scheiße. Also ich seh, dass er mit dir irgendwo hinläuft. Okay, läuft der da jetzt weg oder bleibt der da? Aua, er schlägt mich nochmal. Sag mal, du kleiner Sadist. Sadist. Okay. Tinker holst du ihn runter? Ja, er läuft da gerade. Ich versuch da jetzt mal hinzulaufen. Aber er kämpft da so ein bisschen. Also er läuft da links und rechts. Soll ich notfalls mal vorbeikommen? Ja, er läuft weg. Lass ihn erstmal weglaufen. Sagt mal. Ich seh gerade erst genug. Du hast Schweißbinder in Orange an. Was? Ja. Hast du... Ja. Magst du das? Und eine Swatch. Okay, ich lenk ihn ab, Fintika. Holst du ihn? Ich bin Heather von Seinfeld 3. Ich bin Fan. Er hat mich gar nicht gesehen. Er hat mich gar nicht gesehen. Okay. Oh, er ist hier. Er ist hier. Ich seh ihn. Komm, 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 komm. Wenn der wieder zu... Kaya, komm. Ja. Der Kaya, der kleine Schwitzer, ey. Was drück ich? Ach, hier. Ja. Er macht irgendwas kaputt. Komm, komm, komm. Er macht den Generator kaputt. Okay. Teilen wir uns mal auf. Guckt mal, dass ihr irgendwelche Generatoren fixt, weil sonst sind wir gleich tot. Rot. Ja. Okay. Teilen wir uns nochmal auf. Ich möchte nicht zu ehrlich sein, aber... Teilen wir uns auf. Genau. Ja, Paul hilft ja nicht, ne? Boah, ihr seid... Doch, der Paul schaut uns uns das Röckle. Der Gen... Hallo, Goldie Baby. Der eine hat ne Kippe im Maul und der andere dreckige Jacke. Okay. Wir nehmen das voll ernst hier. Wo sehe ich denn, wenn wir noch Generatoren sind? Ich versuch das ernst zu nehmen. Kann es sein, dass diese Events nicht kommen, wenn er den Generator schon mal kaputt gemacht hat? Ja, da musst du nochmal von Neuen anfangen. Das ist ja das Schlimme. Aber dann kommen weniger Events, oder? Ich sah ihn. Ja, echt? Ist das so? Also ich weiß es nicht. Ach Gott! Nee, 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 schon wieder, Kaya! Oh Gott, ich hab hier gleich einen Generator fertig, ne? Vielleicht kann ihn einer von euch nochmal ablenken. Ich glaub, Sintika macht das gerade. Ja, ist aber schon wieder weg von mir. Oh, okay. Da ist er. Oh mein Gott. Schaff ich niemals, ne? Oh Gott, der läuft weg zum Glück. Oh mein Gott! Kaya macht das bei jetzt nicht schlecht, ne? Ja. Ich dachte, das wäre einfacher. Oh Gott! No! Ich blockier den Generator. Ich hab den Generator blockiert, Leute! Ich hab den Generator blockiert! Scheiße! Was heißt das? Das heißt, er ist jetzt, er kann ihn nicht kaputt machen. Da, wo ich gerade tot bin, da ist ein Generator, der ist gleich fertig. Den könnt ihr gleich fertig machen, weil der kann ihn jetzt nicht zerstören. Okay, ich mach ihn gerade den Generator. Ja. Vielleicht kannst du Sintika da, wo ich am Haken bin. Lass mich erst am Haken. Mach erst ein Generator. Jetzt will, jetzt muss ich gleich, äh, ja. Fuck man. Ich will's nicht in den Mund nehmen! Das sieht so dirty aus. Genau. Mach den ruhig in Ruhe fertig. Er campt eh hier bei mir. Das darf er eigentlich nicht, aber das sagen wir nachher. Ich höre, ich höre, ich höre. Ja, ja, der campt bei mir, der campt bei mir. Komm, ich bin so ein Stück Scheiße. Nein, nein, sag das nicht. Alles gut. Entspannt, entspannt. Ach, Kaya, er macht genug. Der nötigt mich gerade. Ich sag gerade, ich will nicht. Oh, da ist er. Ja, mach weiter, mach weiter. Er chillt bei mir. Mach euch weiter. Er chillt bei mir. Okay. Ach, ich bin so doof der Donner. Sehr gut. Sehr gut. Warte, ich gucke gerade. Jetzt holen wir dich hier runter. Er ist nicht bei mir. Ja, du kannst mich jetzt schnell holen. Wie hol ich dich runter? Ja. Schnell. Es ist nur noch, oh ja. Dankeschön. Lass uns ganz schnell verpieseln. Jo. Am besten hier rein. Äh. Ne, 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 lauft ruhig weg, lauft ruhig weg. Er hat mich da mal gesehen. Er hat mich gesehen. Nein! Jetzt bin ich tot. Ich bin tot. Scheiße. Rest in peace. Jetzt hab ich schon wieder falsch gedrückt. Wie kann man denn so lost sein, wie ich das bin? Aua! Leise in den Schrank gehen. Ach, das ist scheiße. Du hast recht. Leise in den Schrank gehen. Ach, ich bin so dumm. Hey, ihr könntest noch das reißende Ding, ne? Ich hab... Wenn ich so einen roten Pfeil hinter mir sehe, bedeutet das, er rennt hinter mir? Das bedeutet, du bist absolut am Arsch. Nein, ich weiß es nicht. Uäh! Lauf, lauft! Ich laufe, ich laufe. Wo ist denn die Laufkinder dazu? Ich bin sie! Ich blute! Vielleicht noch mal die Schrauben. Ich blute! Lass mich nicht alleine! Nein! Kaya ist gemein zu mir. Oh Gott. Oh Gott, ich sehe ihn direkt hinter mir. Oh no! Oh no! Oh no! Nein! Fuck off. Tinka, wie oft warst du schon am Haken? Äh, noch nie. Ah, okay, gut. Gut, 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 gut. Aber jetzt nicht am Haken. Ich darf nichts am Haken machen. Ich bin in der Nähe. Also am Haken nichts tun. Er hängt halt da, ne? Laut in den Schrank gehen hört der, das wusste ich nicht. Scheiße. Ja, Tinka, wie fühlt es sich an? Oh, ich häng hier so gerne rum. Komm runter! Töte dich so rum an! Oh Gott! Oh, ho, ho, ho! Hat er dich? Ja. Ach, komm! Er, er kämpft da. Scheiße. Come on, Kaya. Mach mal jetzt nicht. Jetzt bin ich tot, tot. Oder wenn zweit mal an die zweite Phase gekommen ist, was meinst du damit? Zeigen. Ah, nee, das ist eine Spinne. Oh Gott. Oh Gott. Wann ist Leertaste? Oh Gott. Oh Gott. Kaya, geh weg! Kaya, ich spiel kein Vangelis mit dir. Geh weg von mir. Muss ich die Leertaste durchgehen? Drücken, drücken, drücken oder gedrückt halten? Drücken, 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 drücken. Immer wieder. Oh Gott. Ah! Hör auf, Tinker nach mir zu schmeißen! Oh mein Gott. Dankeschön, Nadine. Vielen Dank für die lieben Worte. Ein bisschen schwierig, Tinker. Es ist nicht schlimm. Ich habe hier eine Riesenspinne und drücke ... Oh mein ... Ich habe übrigens wieder einen Tee bekommen. Voll lieb. Zucker, 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 Zucker. Mann. Genau, slide um dein Leben. Ich tue ... Hol sie schnell. Komm zu mir! Rette mich! Und ganz wichtig, wenn ihr euch in den Schrank versteckt, dann nicht rennen. Nur langsam gehen. Da kommt's raus. Nein, nicht in die Richtung ... Oh mein Gott! Es gibt Schranke, in denen man sich verstecken kann? Aber ihr dürft nicht rennen, während ihr reingeht. Das habe ich vorhin gemacht. Sondern ihr müsst langsam gehen dann. Ist der hinter mir? Nein. Wie kann ich ... doch, ich höre das Herz schlagen. Achso, doch, hinter dir ist er, ja. Wie kann man sich denn heilen? Ja, nur mit deinen Homies. Du musst zum Jungen. Spring durch die Fenster. Spring durch die Fenster. Da war gerade ein Fenster. Jetzt egal. Lauf in Slaloms. Ach, scheiße. Sintika, vielleicht schaffst du den. Das wäre geil. Muss ich dann noch einen machen? Ja. Oder du findest eine Luke, wenn Tinka tot ist. Was ist eine Luke? Da kannst du als Einzelner durch. Dann bist du raus. Tinka hängt ... oh, Tinka ist tot. Tinka ist tot. Ja, die Spine hat mich gerade derbe aufgefressen. Guck, ob du irgendwo eine Luke findest. Hat irgendjemand von euch eine Luke gesehen? Mhm. Weil da kannst du rein sliden, bist du direkt fertig. Mhm. Okay. Und ich würde vielleicht auch ... Ich weiß nicht, ob man einen Perk hat. Aber es gibt Killer, die haben Perks. Die hören dann, wenn du rennst. Ich weiß nicht, wie das ist. Ist die Luke gut sichtbar? Ja, meistens. Manchmal ja, manchmal nein. Aber vielleicht hat sie irgendjemand im Chat gesehen und kann dir einen Hinweis geben. Weil dann würdest du survive'n. Luke, da, wo Tinka das erste Mal down ging. Wo bist du ... oh Gott, wo ... Tinka, wo bist du das erste Mal down gegangen? Ja. Jo. Bei der Luke muss man auf ein Geräusch achten. Das hört man scheinbar auch. Dankeschön, Dark, für deinen Prime. Nein. Paul magst du mal ein bisschen tanzen, damit es Tinka schafft. Nee, ich guck gerade zu, um für die nächste Runde was zu lernen. Hört der Kaia euch sprechen? Sollte er eigentlich nicht, aber es ... Nö. Nein, nein. Wäre ja sonst witzlos. Ich hoffe nicht. Wo ist denn auch der letzte Generator? Bin ich ein bisschen blind? Ist der drinnen? Es kann gut sein, dass er drin ist. Ja, geh mal rein. Kannst du nicht mit dem Pferd wegreiten? Okay, er ist hinter mir. Mit dem Pferd. Dauert doch dieses Pferd. Kann man da nicht mit wegreiten? Nee, das Pferd sieht schon so halbtot aus. Ich glaube, das muss dann auf dir reiten. Okay. Ah ja. Sehr schön. Ganz entspannt. Du schaffst das. Ui. Ist vielleicht dann böse. Er ist hier. Ich hoffe, er hat keinen Perk, dass er das hört, aber ich glaube nicht. Vielleicht läuft da unten oben. Die Kommission schreibt, die Luke war draußen auf offenem Feld. Okay. Ich war beim Leben noch nie so nervös gewesen. Oh, das schaffst du. YOLO. Der Stream heute Mittag war richtig cool. Genauso wie der Pulli hat es richtig gejoyed. Ach, du bist ja süß. Dankeschön. Ich glaube, der Chat spoilert ihn, dass sie wissen, wo ich bin. Nein, nein, nein. Das glaube ich nicht. Oh Gott. Mach einfach entspannt weiter. Der sieht dich nicht. Er weiß nicht, wo du bist. Er checkt es nicht. Er läuft da unten rum. Aber er versteht es nicht. Aber er versteht es nicht. Du kannst zum Beispiel auch die Kamera während du… Oh, ich verstehe es doch. Oh, ich verstehe es doch. Raus aus dem Fenster. Raus aus dem Fenster. Sehr gut. Und jetzt lauf, 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 lauf. Die Luke muss da irgendwo sein. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Nein. Kaya. Nein. Danke, Bella. Vielen Dank für 500. Wie schnell die Zeit vergeht. Voll. Scheiße. Hey, ich bin über die Luke vorbeigelaufen. Ich habe sie nicht gesehen. Oh. Habt ihr sie gesehen? Ne, ich habe sie auch nicht gesehen. Hä? No. Habli. Ja. Keine Chance. Du hast mich schon umgebracht. Kaya, du bist ja ein ganz kleiner kleiner Sadi. Echt? Ja. Warum hast du… Ich hatte riesig Spaß. Krass. 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 Klingeln verspricht sich trotzdem. Oh, komm Scherbel. Oh, Scheiß versprochen. Soll ich mal den Killer machen und euch mal das Brustmonster zeigen? Ja. Wie kann ich denn hier aus dem Killer Shit raus? Du musst da… Links ist unten so ein… Ich weiß nicht, bei dir so ein Zeichen unter dem Männchen. Da kannst du quasi draufdrücken. Da hat's so rote Pfeile drauf. So rote Pfeile im Kreis. Links. Links. Links ist das… Über dem Koffer. Über dem Koffer. Über dem Koffer, wo… In dieser… In dieser grauen… Genau. Kann das sein, dass man private Games macht, dass man nicht levelt? Das… Ich glaub… Du hast recht. Nee, ich glaube nicht, dass… Aber Loadout habe ich vergessen. Das müssen wir noch erklären, Gnu. Wir müssen den Leuten erklären, dass sie Sachen mitnehmen können und so. Ja, wir müssen den auch erklären, zum Beispiel Paul, dass man sich nicht am Haken wehren darf und sowas. Ja, danke. Ach, Pauli, das schmollt doch nicht. Nein, alles gut. Ich hab jetzt was gelernt, durchs Zugucken. Wen hab ich als erstes getötet? Weil wir haben zwei alte Säcke hier im… Du hast mich als erstes getötet und das weißt du auch. Nein, es gibt… Drück wieder auf deine Taste, komm. Ja, ich hab dich getötet. Es war geil. Okay. Also ich hab, glaub ich, den abartigsten Killer, den man haben kann. Der ist jetzt auch neu. Ich find den so ekelhaft. Es gibt einen neuen Killer? Ja, also wenn ihr wollt, kann ich den euch kurz zeigen. Ich töte euch auch nicht. Aber das ist echt eklig. Mir hängt quasi aus der rechten Brust ein Kind raus. Also wie im echten Leben, aber auf einer Seite. Nur auf einer Seite halt. Genau. Habt ihr das nicht? So überfordert mit der Ausrüstung. Ich hab überhaupt keine Ahnung, was ich klicken musste. Ja, ihr habt's bei mir jetzt einfach. Ich bin der schlechteste Killer überhaupt. Ich spiel nie Killer. Ich hasse das, Außenseiter zu sein. So. Bereit. Du siehst aus wie Agent Benja. Charles Bronson. Agent Benja. Narkos. Ach so. Ah, ich hab da nur die ersten acht Folgen gesehen. Oder die erste Staffel Narkos. Da war's schicken roten Koffer bei. Der ist gut. Wahrscheinlich der Impfstoff drin. Ja, das ist dieser doofe, das ist die Ausrüstung. So, ich bin auf ready. Habt ihr Ausrüstung alle mitgenommen? Ja. Ich kenn mich da nicht aus. Also, genau. Und ganz wichtig, als Killer campen wir nicht. Also, wenn jemand am Haken hängt, dann verpieselt man sich. Ach so, das wusste ich. Ja, Moment. Gekämpft hab ich nicht. Ich bin einfach schnell wieder zurückgekommen. Es war so Halbcamping. Gekämpft hab ich nicht. Ich bin nur wieder dahin gelaufen. Also, man läuft weg. Okay, das wusste ich nicht. Das ist in Ordnung. Sintike. Das ist nur eine leise Kritik, weil ich alle platt gemacht hab. Wir wollten mir das einfach nur kaputt machen. Nein, das ist voll in Ordnung. Du warst ein toller Killer. Ja, danke. Wollt ihr jetzt kurz noch mein Kind aus der... Ich überrasche euch. Ich mute mich jetzt. Ich mach euch alle fertig. So. Okay, ich werde sie alle umbringen. Verbindung zu anderen Spielern wird hergestellt. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Ihr könnt mir gerne als Killer Tipps geben. Ich bin der schlechteste Killer überhaupt. Aber ich finde den Killer einfach nur abartig ekelhaft. Den hat nämlich letztes Mal der Hand of Blood gespielt. Und dieser Killer hat mich so aggressiv gemacht. Also der ist einfach nur widerwärtig. So, dann lasst uns einmal abschlachten. Laute Geräusche wie das Versagen bei einem Fähigkeitscheck weisen den Killer auf den Standortes. Wir leben den hin. Der, äh, der Hanno. Hanno! Wer die bereit ist, ihr kleinen Schnucklchen? Wer die bereit ist? Wer die bereit ist, der Lauf nimmt. Der lässt gerade Spuren in der Killer. Okay, los geht's. Ih, schaut mal. Da hängt mir ein Kind aus der Titte. Das ist echt ekelhaft. Ja, wir haben doch mit Hand of Blood, äh, Dead of Dead by Daylight aufgenommen. Das kommt aber noch. Das ist richtig witzig. So. Viktor lösen. Ey, abartel die Scheiße. Soll ich mal Viktor lösen? Ich löse mal meinen kleinen Viktor-Baby. Die werden so schreien, wenn ich meinen kleinen Viktor aus der Brust lasse. Denn es ist Zeit. Oh, da. Lass mir mal einen kleinen Viktor raus. Laut Viktor! Komm, ich will mit dir spielen. Sprung aufladen. Sprung aufladen. Nee. 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 Brust, Brust. So. Okay, jetzt weiß ich, wo sie ist und kann da schnell hin. Wunderbar. So. Wo ist denn die Liebe? Hey, meine Süßen, wo seid ihr? Ich habe euch ein kleines Kind auf meine Titte gelöst. Ist da nicht irgendwo ein kleiner Spatzi? Oh, doch da. Da läuft ja jemand, ne? Da kommen wir doch einfach mal von der anderen Seite und einmal hacken. So. Bin ich so langsam? Oder warum? Was ist da los? Ich bin ja richtig lahmarschig, ey. Komm schon, meine Kleine. Das lass uns doch mal direkt machen. Gar kein Problem. Und zack. Scheißdreck. Gar kein Problem. Ich hole dich schon, meine Kleine. Komm her. Wo bischen du? Da hinten. Du kannst nicht laufen. Ich löse mal, Viktor. Der macht jetzt ein bisschen schneller. So. Wo ist sie denn? Wo sind die denn? Ah. Komm her. Komm her. So. So. Und wo weiß ich jetzt, wo das war? Hier hinten. Ah. Hallo. Komm dir bitte. Du hast gerade mein Kind getötet. Das kann ich so nicht dulden. Wo bist du denn? Bist du auf den Boden gefallen? Oh, tatsächlich. Das tut mir jetzt aber leid. Komm her. Wie hebe ich die denn auf, Mann? Ah, Space. Wo ist hier denn überhaupt ein Haken? Ach. Da hinten. Jetzt kommst du an den Spieß. Jetzt ist aber ganz schön weit der Spieß hier. Die wird ja sich noch frei. Oh, scheiße. Ich glaube, die kann sich hier jetzt sogar frei. Freiriggeln, oder? Kann das sein? Verdammte Scheiße. Hau ab. Ah, verdammt. Sie hat mich gebissen, das Miststück. Verdammt. Egal. Viktor. Ich mach erstmal das hier kaputt. So. Meinen schönen Stinkerchen. Aber das soll mir egal sein. Da hinten war auch noch einer. Da sind sie bestimmt auch wieder dran. So. Jetzt lass ich meinen kleinen Viktor-Baby wieder los. So. Ich glaub, dass sie da immer noch irgendwo hinten sind. Und sich gerade massieren. Wo seid ihr Kinder? Oh, meine Lieben. Das seh ich aber gar nicht gern. Oh, meine Lieben. Da muss ich leider meinen kleinen Viktor jetzt vorschicken. bei diesen ganzen Fehlern, die hier gerade gemacht worden sind. So. Da bist du ja. Also so kann ich das, glaub ich, gar nicht akzeptieren. So. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Okay. Das reicht. Viktor. Bitte einmal raus. Raus der Brust. Viktor. Kannst du bitte einmal kommen? Viktor. Dankeschön. So. Jetzt reicht's. Scheiße. Komm her. Komm her. Komm her. Ist gar nicht so einfach, Mann. So. Ich hol mir die jetzt. Gar nicht so einfach. So. Komm her. So. Da hinten. Wo war das jetzt? Scheiße. Der Gegner ist ganz schön schwer. Aber die machen da hinten einfach weiter. Was soll denn das hier? Kann ich so nicht akzeptieren, Leute. Ich mach den mal kaputt. So. Es muss noch ein bisschen klarkommen auf den ganzen Scheiß. Nicht so easy. It's not that easy, guys. Was war das? Ich hab mein Kind getötet. Das kann ich so aber nicht akzeptieren. Komm her. Viktor lösen. So, kleiner Viktor. Du darfst jetzt gerne mal hier drauf springen. Oh, scheiße. Ich bin dagegen gelaufen. Kacke. Viktor, lauf. So. Komm her. Kommt her, meine Lieben. Kommt schon her. Ich brauch euch. So. Hahaha. Da habt ihr doch den kleinen süßen Piepmatz am Rücken. Macht euch das Spaß? Ich bin so lahm. Die Gegner nehme ich nicht mehr, ey. So. Na? Wie ist das so mit dem kleinen... Macht das Spaß? Ich hoffe doch. So. Wo ist denn hier der nächste Haken? Das ist gar nicht so easy mit dem nächsten Haken hier überall drauf. Das hab ich gesehen. Schluss jetzt. So. Ich kann die ja gar nicht hier irgendwie irgendwo draufhängen, weil die Haken so kackeweite weg sind. So. Jetzt reicht's aber. Jetzt bring ich dich an den Haken. Jetzt ist Schluss mit lustig. So. Jetzt hängen wir dich mal auf. Grüß Gott. Okay. Da hinten wird einfach wieder weiter repariert. Jetzt werde ich langsam garstig. Deswegen mach ich das jetzt kaputt. Ich bin nämlich die schwäbische Inge. alle. Und ich mach euch alle fertig. So. Den machen wir auch gleich nochmal kaputt. So. Schön mit den Stempfeln drauf. Ich hör hier noch irgendwo was. Kann das sein? Naja. Da hinten ist noch einer fertig. Ach ihr seid ihr Herz aller Liebsten. Da hinten versuchen sie's schon wieder. Sie geben mir auch gar keine Möglichkeit mal irgendwie ein bisschen weg zu gehen. So. Wo seid ihr denn schon wieder ihr kleinen Scheißer? Oh. Da sind sie schon wieder dran. So. Jetzt ist aber Schluss. Sintika. Jetzt ist Sense hier. Ne? Also. Ich glaub ich spinn. Wo sind die denn? Wo ist er denn hin mit meinem kleinen Spätzle? Hey. Ist sie nach unten gegangen? Ist sie nach unten gedüst mit meinem Schatz? Hä? Wo ist denn mein Schatz jetzt? Ich versteh's nicht. Aber ist in Ordnung. Okay. Naja. Jetzt kommt der Schwabe wieder raus. Das ist schon in Ordnung. Da vorn sind sie doch. Ich löse mal den kleinen Viktor. Kleiner Viktor, lad dich doch mal auf. Da ist doch schon jemand, der möchte mal wieder angetatscht werden. So. Da hat wieder jemand den kleinen Schatz auf dem Rücken. So. Da laufet mir jetzt auch hin. Ich kann seinen Herzschlag nämlich spüren. Weil wir sind nämlich geisteskranke Geschwister. Kann es sein, dass du gerade meinen Schatz umbringst? Das kann ich aber nicht erlauben. Und da kann ich gleich schon mal den nächsten umbringen. Wunderbar. Schön, dass ihr euch beide so umbringen lasst. Und da haben wir doch auch schon die nächsten. Na, meine Süßen. Wollt ihr ein bisschen aufs Maul? Viktor, erleg du das mal bitte für mich. Kleiner Viktor. Wisst ihr was? Ich mach das mal kurz. Ich möchte bitte wieder zurück zu dir, Mama. Kann ich wieder zurück zu dir? Wie geht denn das? Oh, jetzt. So. Ich mach jetzt erstmal die Scheißmaschine hier kaputt. So. Moment. Halt. Ich möchte die Maschine kaputt machen. Schnell. So. Ach ja. Wunderbar. Wo läuft denn die Scheiße? Wo ist denn die kleine Kaya hin? Ich hab keine Ahnung. Da läuft er ja. Okay. Dann bringen wir dich mal zum Hage. Kleiner Kaya. Damit auch du heute schön aufgespießt bist. Bitch. Bitchin und viel Spaß am Hage. So. Okay. Ähm. Da hinten ist mein kleiner Schatz. Kann ich den bitte wieder einpacken? Äh. Kannst du bitte... Viktor? Viktor. Ich brauch dich. Ich möchte eigentlich gern, dass der wieder reinkommt. Da hinten hat sich irgendwas bewegt. Da gehen wir jetzt direkt mal hin. Wie eklig er rennt, ne? So richtig eklig. Sind sie schon wieder da hinten? Ich glaub's nicht. Ernst da? Die müssen sich viel mehr spreaden. Ja. Der ist so eklig, ne? Mensch Leute. Ihr müsst da weg. Ihr müsst euch viel mehr spreaden. Wo ist denn der Herzschlag? Wo ist der Herzschlag meines Babys? Scheiße. Ich seh ihn nicht. Ich hab's verballert. Die müssen sich viel mehr ausbreiten. Die machen immer wieder den gleichen Fehler. Ist Kaya tot? Oh Gott. Das wollte ich nicht. Pauli war das. Das war der Paul. So wird das nix, Leute. Okay. Und da hinten? Gleich geht's weiter. Gar kein Problem. Mein kleiner Viktor wird das Problem für mich lösen. Nein, ich hör auf. Ich rede wieder normal. Ach, okay. Sie spreaden sich schon ein bisschen aus. Ist in Ordnung. Ach, hier direkt. Na, da wollen wir doch direkt mal hingehen. Komm schon, mein kleiner. Das kannst du gerne machen. Hä, wo war denn das jetzt? Hä? Bin ich dumm? Ich such die einfach. Irgendwo werden sie schon sein. Ich glaub, hier hinten war doch noch jemand, oder? Kann das sein? Ja, hier ist noch jemand. Nein, doch nicht. Okay. Dann würde ich aber mal ganz kurz da nach hinten düsen. Weil ich tatsächlich glaube... Da hinten ist mein Baby. Mein Bebe. Mein Bebe. Ich mach mal den da hinten kaputt. Passt mir nämlich eigentlich gar nicht. So. Machen wir das mal entspannt kaputt. So, nochmal. Okay, Viktor. Du hast gesehen? Da hinten sind Leute. Bitte, hole sie mir. Kleiner Viktor. So, wo sind denn da? Ah, da hinten. Das ist aber so weit weg schon wieder. In Ordnung. Der kleine Viktor läuft mal. Nur um die kleinen Scheiße ein bisschen einzuschüchtern. Komm schon, lauf. Kleines Lauf. Hä? Hab ich mich vertan? War's der Generator? Scheiße! Hier war's doch bestimmt, oder? Nö. So. Okay, okay. Wo, 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 wo? Wo ist der Herzschlag meines Viktors? Scheiße, wieso kriege ich den nicht mehr? Wo ist mein Baby hin? Sag mal, du hast nicht gerade ernsthaft mein Baby umgebracht. Das kann ich so aber überhaupt nicht akzeptieren. Wo ist hier der nächste Haken? 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 Ah, hier. So. Kaya, dann ab mit dir an den Haken. Jetzt wird gespießt. So, komm. Werde ich nicht. So. Okay. So. Irgendjemand macht doch bestimmt irgendwo noch irgendwelche Sachen. Dankeschön, Tom Müller. Dankeschön. Merci. Ach, Leute. Das ist ja niedlich. Ach Gott, sogar zwei. Ich weiß, wo sie jetzt genau sind. Das ist ja wirklich niedlich. Tut mir leid, aber das war jetzt leider sehr auffällig. Oh mein Gott. So, den mache ich euch jetzt gleich nochmal kaputt. Ist der schon kaputt? Achso, den haben sie gar nicht fertig gemacht, die geilen. Naja. Das kann ja mal passieren. Ist gar nicht so easy, ne? Muss ich schon sagen. Ich habe es mir einfacher vorgestellt als Killer. Aber sie werden sicherlich an ihren Sachen weitermachen, ne? Denke ich mal. Macht das mal kaputt, das nervt. Ah. Space. So. Wo ist jetzt schon wieder was? Hier. Ach, Leute. Mensch. Ich kann dich hören. Ich kann dich hören. Ich kann dich hören. So. Jetzt geht es erstmal an den Hage. Lauf ruhig, meine Kleine. Dich hole ich mir als nächstes. So. Okay. Das ist in Ordnung. Das löst jetzt mal mein kleines Schätzlein für mich. Ey, wieso? Wo ist mein Kind? Wo ist der Kleine? Wieso kann ich den nicht... Ach, kann ich das Kind... Kann ich den Zwillingsbruder nur zweimal holen, oder wie? Wie ist das, Leute? Hä? Wie sieht das aus mit dem Zwillingsbruder? Wie sieht das aus mit dem Zwillingsbruder? Scheiße. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Oh mein Gott! Oh! Ganz knapp. So, wer hängt denn da immer noch am Haken? Ich glaube es ja gar nicht. Dann packen wir die nächste doch einfach ein paar Meter weiter hinten hin. So. Wunderbar. Kann ich meinen kleinen Knilch... Wo ist denn mein Zwillingsbruder? Kann ich den nicht mehr holen? Leute? Leute? Was ist mit meinem Zwillingsbruder? Victor lösen? Aha, okay. Da ist es ja wieder. Es hat ein bisschen gedauert. So. Jetzt muss ich warten, bis Kaya seine Leute wieder mal holt. Der Nette. Gehen wir mal ein bisschen weg, sonst haben die ja keine Chance. Wir sind ja auch nett. So. Ich glaube, die Gegner finden die richtig widerlich. Ich würde so gerne wissen, wie die rumgeschrien haben und ob sie geschrien haben. Die hören aber auch nicht auf, ne? Leute, Leute, Leute. Da muss man halt hingehen, wenn man das hört. Was ist denn hier schon wieder? Ach, Leute. Jetzt reicht's. Victor, lauf. Sehr gut gemacht, kleiner Victor. Lauf weiter. Die waren da hinten irgendwo. Ich habe es genau gehört. Oh, da hinten also. Oh, ich komme. So. Das ist hart, dass er die direkt daunt. Das wusste ich nicht. Okay, Mami. Ich komme wieder zurück in deine Titte. So. So. Darf ich wieder reincrawlen? So, ich möchte gerne wieder rein. So, mein Kleines, das hast du schön gemacht. Wir lassen die zwei Arschlöcher einfach mal am Boden liegen. Nein, eigentlich sollte ich sie hochholen. Ich habe keine Ahnung, wo sie sich jetzt befinden. Wahrscheinlich sind sie alle schon weggecrawled. Oh. 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 Oh, das höre ich sogar. Hey! Die hat mein Kind getreten. Ich glaube, du spinnst. Sag mal. Die hat mein Kind getreten. Jetzt geht's los. Victor, hol sie dir. Rache ist süß. Komm schon, hol sie dir. Hol sie dir. Da vorne rennen sie das kleine Stück. Hol sie dir. Komm schon, Victor. Sehr schön gemacht, Victor. So, Victor. Das lassen wir uns nicht bieten. Ich hole kurz mein kleines Spätzlein. Ganz schöner OP-Gegner, Mann. Du bist ja direkt am Haken. Das wusste ich ja gar nicht. Das passt mir natürlich ganz gut. Tut mir leid. Ich würde dich jetzt gerne am Haken hinhängen. Ich weiß zwar nicht, wie oft du schon hange bist, aber es ist mir egal. So. Oh, das war's schon. Huch. Okay, mein kleiner Victor. Die wollen wirklich jetzt ernst. Es wird Zeit, dass du jetzt düst. Kann ich dich bitte wieder steuern? Ach, die sind da ganz hinten, um Gottes Willen. Okay. Eigentlich will ich Victor nicht steuern. Tinker Leo ist tot. Ups, das war Tinker Leo. Synthica liegt immer noch irgendwo auf dem Boden. Ich weiß leider nicht, wo sie ist, muss ich ehrlich gestehen. Ich hab sie ganz einfach nur verloren. Kann ich eigentlich den auch wieder meine Brust zurückholen? Oder was soll das? Ich möchte ihn gerne wieder meine Brust zurückholen. Aber irgendwie hat der Kleine keinen Bock. Okay, dann geh ich mal zum Nami. Da finden wir ja noch den kleinen Kaya unterwegs. Oh, da ist er ja. Da ist er ja, der kleine Kaya. Das ist ja das Herz aller Liebst. So, wo waren die denn jetzt? Da hinten, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Wieso finde ich jetzt meinen kleinen Zwillingsbruder nicht mehr? Verdammt. Äh, wo war das? Wo haben sie ihn umgebracht? Scheiße, ich hab's nicht gesehen. Ich hab mich verloren. Oh, da glaub ich, da vorne war's doch irgendwo, oder? Ich glaub, da vorne war's irgendwo. Ich hab's wieder. Da vorne ist er doch. Ich hab ihn da schleichen sehen. Komm her, ich hab dich gesehen. Wo ist er denn jetzt? Verdammt. Hier ist doch überall Blut. Folge der Blutspur. Was sind sie denn? Verdammt. Ich hab sie verloren. Ich hab sie verloren. Ich muss eigentlich nur noch abwarten, bis sie einen kleinen Fehler machen. Kann ich auch wieder zurück in Mamis Brust? Hm, sie haben sich beide hochgeholt, verdammt. Okay. Das ist in Ordnung. Irgendwo hier werden sie sein. Hm, die werden jetzt wahrscheinlich irgendwo einen reparieren, ne? Hier irgendwo. Ach, da. Kein Problem, ich hol dich. Ich hol dich schon. Sonst macht das mein kleiner süßer Viktor. Wenn nicht er wär, dann. Ach, da bist du. Komm her. Das macht doch keinen Sinn. Komm her. So. Wie ich ihn einfach gegrabt hab, so. Komm mit, das macht doch jetzt keinen Sinn. Ich häng dich an den Spieß. Und zwar da vorne. So. Das war's ja dann auch, oder? Kaya kann ja niemand mehr holen, oder? Oh, das war's mit Kaya. Das tut mir jetzt aber leid. Hm. Na, dann darf sie die Luke suchen. Hm. Das war Kaya. Ach so, ich komme ein bisschen durcheinander. So. Schluss damit. Viktor? Viktor! Kümmere dich darum. Und zweimal sogar. Was tut sie denn da? Ich bin nicht sicher. Aber ich werde Viktor fragen. Das war ja wohl nix hier. Viktor! Viktor? Ey, die hat mein Kind totgeschlagen. Oder? Ne, das war ich. Sie war doch hier irgendwo, oder? Hm. Was wird sie jetzt wohl machen? Hm. Bleib einfach mal stehen und ruhig. Vielleicht läuft sie mir entgegen. Hm. Wo ist sie denn? Wo bist denn du? Wie konnte denn Kaya zockt jetzt wieder leben? Ich dachte, der ist tot. Ich dachte, er wurde aufgespießt. Das ist ja seltsam. Das kann ich mir gar nicht erklären. Danke, Knökochan, für 200 Beats. Das kann ich mir ja gar nicht erklären. Hm. Danke für 200 Beats. Ach jetzt aber, meine Kleinen. Ihr seid immer an den gleichen Generatoren, Mann. Und ich habe ihn schon wieder gesehen. Komm, Viktor. Erledige das für mich. Komm, kleiner Viktor. Kleiner Viktor. Kleiner Viktor. Kleiner Viktor. Dö, 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 dö. Kleiner Viktor. Dö, 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 dö. Hm. Kleiner Viktor. Oh, sie wollen mein Kind wieder umbringen. Verpisst euch von meinem Kind. Ich mache jetzt erst mal eure Scheiße wieder hier kaputt. Denn ich kann das nicht akzeptieren. Akzeptieren. Die wollten gerade ernsthaft mein Kind töten. Habt ihr das mitbekommen? Das kann ich so nicht akzeptieren. Kommt her. Kommt her. Ich möchte und kann das einfach nicht akzeptieren. Und sie tun schon wieder mein Kind angreifen, ne? Jetzt hab ich dich! Das berührt mich nicht im Geringsten. Muss ich dir schon ganz ehrlich gestehen. Oh, da hinten. Sie nähern sich meinem kleinen Viktor. Kann ich wieder den kleinen Viktor steuern? Scheiße, ich hab ihn verpackt! Komm, lauf! Hol ihn, hol ihn, hol ihn, hol ihn, lauf! Komm her. Komm her. Ich hole dich. Ist mir egal. Dann komme ich halt von der anderen Seite. So. Sehr schön. Jetzt reicht's mir aber langsam. Jetzt ist genug. Jetzt ist Schluss, Leute. Jetzt ist Schluss. Wo ist denn mein kleines... Er muss doch hier irgendwo lang gelatscht sein. Hey, sie haben mein Kind kaputt getreten. Aber wo? Wo? So. Jetzt reicht's. Jetzt ist Schluss. Jetzt geht's an den Haken. Jetzt ist genug. Genau, jetzt ist genug, Leute. Jetzt ist genug. Du kommst jetzt an den Haken. So. Auf geht's. So, ich weiß zwar nicht, wie oft du schon gehangen bist, aber ich glaube, jetzt wollen sie langsam... Genau, jetzt wird sie langsam ein bisschen dirty. So. Wo ist denn der kleine Kaya schon wieder da hinten? Jetzt reicht's. Viktor, kümmere dich drum. Jetzt reicht's mir aber, Kaya. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst da nicht mehr an diesem scheißgleichen Ding dran sein? Jetzt werde ich gar stich. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin, der kleine Kaya? Komm schon, Kaya. Ich weiß, du willst es auch. Wo ist er denn jetzt schon wieder, Mann? Kaya. Komm schon. Wo ist er denn? Hm. Ist er vielleicht da hinten? Ist er vielleicht da vorne? Oder verpisst er sich gerade durch die ganze Map, weil er Angst hat? Hm. Ich glaube, auch ich muss mal ein bisschen ausschreiten. Ich glaube, Kaya ist jetzt am Luke suchen, oder? Kaya ist am Luke suchen, oder? Hm. Kaya, wo bischen du? Da hinten. Ich seh ihn. Oh. 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 Da ist er. Kaya, das war's jetzt. Komm her. Komm her. So. Oh nein, er will zur Luke! Oh Gott, er will zur Luke, er ist bei der Luke. Oh mein Gott, er ist bei der Luke. Er ist bei der Luke. Er kriecht jetzt wahrscheinlich gleich rein, oder? Oh mein Gott. Ich hör die Luke. Ich hab die Luke gehört. Oh mein Gott. 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 Komm, wir lassen ihn gewinnen. Wir lassen ihn gewinnen. Das wäre böse gewesen. Na hoch. Na hoch. Du hast mich gelassen, oder? Du warst ein sehr fairer Killer. Das war zu legendär, das wäre jetzt böse gewesen. Wow. Ich Idiot, hab mich recovered, anstatt auf die Luke zuzurennen. Ah, das kleine Vieh ist aber schon eklig. Schon geil, oder? Vor allem das Geräusch, wenn ich den rauslasse, oder? Wie wenn ich kacken gehe. Ah, Kopfkino. Aber wie machst du das, du kannst den Homunculus steuern, diesen kleinen Viktor, oder was? Genau, bei meine ist voll langsam. Und ich mach's quasi so, dass ich den kleinen, das ist ja mein Zwillingsbruder, rauslasse. Und der ist viel schneller. Den jage ich dann, lasse ich ihn auf euch zujagen. Und wenn der in einem gewissen Umkreis von mir ist, sehe ich, wo der ist und kann kommen euch killen. Oh Mann. Ist aber anstrengend mit dem, finde ich. Wirklich? Ja. Aber du kannst immer nur eins gleich, also immer nur eins steuern. Deswegen stand manchmal der kleine auch in eurer Nähe, also da hab ich jetzt nicht gecampt, ich hab den einfach grad nicht gespielt. Aber das war schon cool. Ja. Voll eklig, gell? Ich muss unbedingt später eure Sichten anschauen. Auf keinen Fall. Wer von euch möchte Killer sein? Paul. 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 Ich lese ein bisschen Subs vor. Ich bin gleich zurück. Ja. Danke Knochen für 200 Bits und danke Tom Müller für einen Stufe 1 ab. Dankeschön an Centrix für einen Stufe 1 ab. Ich hoffe, es geht euch gut. Das hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Das hat echt Spaß gemacht. Ich hab dich richtig geraped. Das hat Spaß gemacht. Oh ja. So viel Spaß gemacht. Speich gemacht. Gnu hat Speich gehabt. Tö 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 tö. My life be like, uuua. Du, ich höre Explosionen. Ihr könnt mich gerne mal ein bisschen ausregen. Genau. Ich glaube, es wäre gut, wenn man anderen Sachen wie Perks erklärt. Ich kann das selber nicht. Ich hab irgendwelche Perks reingepackt. Ich bin da voll schlecht in Sachen Perks. Ich hab keine Ahnung. Also ganz ehrlich. Ich bin da echt schlecht. So. So. Okay, weiter geht's. Ich find's super spannend, dass du dich auch einfach so random auf das Spiel einlässt, obwohl du es davor noch nie gespielt hast. Tinker. Es macht so gut. Ich bin so ein Schisser sonst, aber das macht wirklich viel Spaß. Wobei die Truppe auch witzig ist. Ja. Süß. Hab ich's nur gesagt, weil ich gesehen hab, du hast dich entmutet. Musst was Nettes sagen. Geil. Äh. Man könnte jetzt weiter listern. Ähm, mein Mikro ist noch kacke, ja. Wird bald besser, weil manchmal mein Mischpult ist noch zu schwach. Ich muss aber das große noch einrichten und da wollte mir der Schlorox noch helfen, weil das so übel ist. Wir sind alle Anfänger eigentlich. Ich hab's zwar schon öfter gespielt, aber zum Beispiel Killer hab ich nie gespielt. Und ja. Weißt du, wie du dich mutest? Ja, ich hab hier den Mann im Ohr, der mir das gerade sagt. Ähm. Aber wie komm ich denn auf den anderen Bildschirm, Mike? Oh, süß. So unbeholfen. Haha. Ist doch süß. Wer darf ich gleich alle umbringen. Haha. So, jetzt geh ich auf Chat oder was? Wie bist du auf den Namen Gnu gekommen? Den hab ich tatsächlich schon seit ich elf Jahre alt bin. Und ich hab ja auch einen Hauptkanal als Saftiges Gnu. Äh. Und den hab ich jetzt den Gnu umgenannt. Wird auf Twitch auch noch passieren. Ähm. Und auf Instagram und überall auf Discord und Twitter ist es schon passiert. Ähm. Dass ich mich künftig wie gesagt Gnu nenne. Ähm. Weil es sich für mich einfach auch besser anfühlt. Ähm. Dass man nicht immer sagt, ey du Saftige und so. Da hab ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. Ja. Deswegen. Checkt auch gern saftiges Gnu ab. Ähm. Ist auch ein cooler YouTube-Kanal, falls ihr Bock habt. Und auf Verspieltes Gnu kommen zum Beispiel dann so Folgen wie hier jetzt. Genau. Tipps für Perks als Survivor, Bindung oder Erfüllungsvermögen. Techniker. Okay, mach's. Ich bin der Killer. Ja. Und jetzt, äh. Auf wen warten wir? Äh. Ich muss noch Ready drücken. So, zack. Also ich werd jetzt, bin jetzt weg. Äh. Ich hör euch nicht mehr und ihr mich nicht mehr. Bis Paul. Bis dann. Tschüss Paulin. Paul mach uns kaputt. Hoho. So. So. Wer hat er denn als Killer genommen? Gute Frage. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So komm, jetzt rocken wir das Match. Ja. Eigentlich fänd ich voll lustig, wenn wir Paul hören. Aber er uns nicht. Oder? Stimmt. Er ist echt laut, glaub ich. Oh, da vorne sind sie alle. Eigentlich wär das lustig, wenn wir den Killer hören, aber er uns nicht. Hm. Ja, das stimmt. Ich glaub, da würden wir zu sehr durcheinander labern, weil ich hab zum Beispiel permanent gelabert. Okay. Ich auch. Ja. Nur geflucht die ganze Zeit. Ist schon eklig dieses Ding gewesen, oder? Wenn es so einer auf dem Rücken jumpt. Ja. So engel. Ich bin voll erschrocken beim ersten Mal. Ich hab gedacht, was ist das? Saß auf mir und war beim Kopf am Knabbern. Oh, richtig eklig. Ich hab das am Anfang nicht verstanden, weil ich immer nur sie gesehen hab als Geschwester und dachte mir, ey, was meint ihr für ... Ey. Ey. So klein ist die doch gar nicht. Aber du musst dann ja auch erstmal wissen, wo die Haken sind als Killer, oder wird dir das angezeigt, wo du hin musst? Ja, nur da die halt so langsam ist, hatte ich oft auch Probleme euch da irgendwie ... Oh, Geist. Ja. Von mir. Okay, das ist in Ordnung für mich. Du bist nicht so willig oben. Gehen wir wieder zurück zum Generator? Ja. Ja, ja, ja. Ich mach weiter. Ich mach mit meiner Reparaturkiste. Geh weg von mir! Wenn du magst. Der kommt schon wieder, das gibt's doch gar nicht. Der ist ab von mir. Oh, oh, sie bringt die mit, sie bringt die mit, oder? Nein. Oder doch? Scheiße, der kommt. Oh Gott. Nein! Ist der hinter mir her? Äh, ne. Sintika. Erst komm ich wieder weg. Oh, sorry. Hat er dich erwischt? Ja. Oh, das war jetzt aber der Sinn laufen, ne? Kannst du mich mal ... Ja, wo bist du denn? Ich hör ihn streicheln. Achso, ja, kann ich. Nee. Was? Ich höre. Ja. Danke. Bist du schon ein bisschen dreckig, ne? Ich? Ja. Es ist Tarnung. Ich hab mich einmal im Dreck gewälzt, damit er mich weniger schnell sieht. Aha. Ich mach dein Oberteil. Das ist die neue Kollektion von About You. Oha. Ich möchte auch, dass du dich für mich im Dreck einrollst. Ich roll mich mit dir im Dreck. Meine kleine Stinker, Leo. Oha. 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 Die Tastatur macht mich wahnsinnig. So. Das ist nicht immer die Tastatur Schuhe. Also der Paul ist hinter mir her. Ist okay? Ja, der ist weit weg von euch. Yeah. Okay, wir haben einen Generator. Lass uns zum nächsten, oder? Ja. Ich höre ihn. Paul, komm zu mir. Paul, ihr seid safe. Ihr seid alle safe. Paul, komm zu mir. Wo ist denn noch ein Generator? Hier, oder? Nee. Nee, er ist bei uns. Er läuft hinter uns. Was? Echt? Echt? Hinter mir her. Ja, ich höre das Herzklopfen. Hä? Okay. Ich hab das Spiel früher öfter gespielt, aber schon lange nicht mehr. Also gerne Tipps raushauen. Ich versuch so viel zu lesen, wie ich kann. Okay. Oh Gott, bin ich erschrocken. Mein Gott, bin ich erschrocken. Er ist nicht mehr bei mir. Alle tot. Er ist nicht mehr bei mir. Seh dich. Wo sind denn die verdammten Generator? Ist er hinter mir? Ist das keine komische Nähe? Ich glaube, er ist hinter mir. Ist asiatisch. Oh super, jetzt hast du ihn zu mir gebracht. Vielen Dank. Sorry. Mann. Wo ist denn der Vogel? Okay. Er ist hinter mir. Er ist hinter mir. Er hat mich gebrochen. Er hat mich gebrochen. Er hat mich gebrochen. Ja? Soll ich dich? Ja, gerne. Gleich. Wo bist du? Jetzt kommt der. Ich höre den wieder. Wo bist du? So ein scheiß Rabe. Pst. Wo bist du? Das war wieder so schweizerdurch. Wo bist du? Ja, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du bei der Pagoda oder was immer das ist? Würde ich gerne heilen, aber ich finde dich nicht mehr. Wo bist denn du, sag mal? Wo seid ihr? Sintika, Tinka? Ich sitze hinter einem Steiger. Oh fuck. Oh shit. Oh shit. Oh mein Gott. Ich sehe ihn doch. Witzig. Gut, dann mache ich hier den Generator. Er hat es verkackt, mich zu töten. Ich würde ihn zugehen hören. Süß. Ja, ich auch. Das war richtig süß gerade. Okay, wo ist denn jetzt noch ein Generator, den ich machen könnte? Er stand halt mega lang unsichtbar vor mir und er hat auf seine Glocke gehauen, hat sich sichtbar gemacht, richtig putzig. War das? Ja, das mit der Glocke ist dämlich irgendwie. Was ist das mit der Glocke? Erklärt es mir. Er kann sich unsichtbar machen, aber um dich zu schlagen, muss er sich wieder sichtbar machen. Dann hast du mal zwei Sekunden, um dich zu verziehen. Also er konnte mich quasi nicht hauen. Oh, das war süß. Da ist ein Generator. Hat einer den Geist? Also hat ihn einer? Er ist weggelaufen. Ah, er ist hinter dir. Wer auch immer da gerade an dem Generator ist, er ist hinter dir. Scheiße. Oh nein, der hat mich. Gott, ich dachte, der wäre hinter mir gewesen. Hilfe. Super, er hat mich verstecken sehen, dieser Sack. Wo ist denn noch ein Generator? Ich wusste nicht, von welcher Richtung der Schmock kommt. Der Schmock. Ist die toxic. Da kommt der Türke raus. Muruk. Nee, der Türke wäre noch heftiger. Ah, scheiße. Der Depp hat mich fallen lassen. Gott, ich muss mich so konzentrieren, dass er mit diesen Skill-Dingern... Hat mich fallen lassen, hat mich fallen lassen. So, wir haben noch einen Generator. Ich mach gerade einen. Mach auch einen. Sehr schön. Kadetten, ich bin... Ich hab mich mal Depp. Ich bin hier. Ah, fuck. Ich lenke ihn mal ab, ne? Für dich extra. Ja. Kaya, brauchst du Massage? Ist er noch bei dir? Nee, ich hab Selfie. Alles gut. Massage. Massage. Okay, trip. So geil, ne? Ohne Happy Ender. Schade. Da nicht. Nee, nicht nochmal draufschlagen. Der schlägt auf mich. So, ich sehe jemanden vor mir kriechen. Ja. Wer ist das? Das ist Sinti. Warte, ich komm zu dir. Ist der in der Nähe? Ja, der ist genau vor mir und schlägt... Er kann mich nicht hochheben. Er weiß nicht, wer mich hochhebt. Er fühlt mich hochheben. Wie hebt man jemanden hoch? Wie hebt man jemanden hoch? Ich bin direkt hinter dir. Ich würde dich gerne heilen, aber der ist... Wo ist denn der Schmuck? Nee, der lässt mich liegen. Wirklich? Ich komm zu dir. Das hätte man ihm halt mal erklären müssen, ne? Dass er euch auch an den Haken hängen muss. Das weiß der ja gar nicht. Ja, ich wusste es. Aber der hat mich doch vorhin... Kann der Chat mal vielleicht Paul ein bisschen helfen? Chat hilft. Er nimmt mich mit. Ich dachte, ihr habt es ihm erklärt, als ich Subs vorgelesen habe. Naja, wir haben auch Subs vorgelesen. Paul war ganz alleine. Nee, wir waren zu dritt, aber halt mit uns Newbies. Wann wird denn der endlich Partner? Ich finde das so fies von Twitch. Wie lange tweent der denn schon? Einen Monat. Was ist das jetzt für ein Symbol? Das muss so drei Monate... Drei? Drei. Nach zwei Tagen war ich Partner. Ja, das ist... Ich glaube gerade ist halt auch so... Seit wann bist du Partner, Kaya? Ähm... Es ging sehr schnell. Leute, was war das für ein Symbol? Nee, du bist schon ein Jahr lang Partner, oder? Ja, ja, eigentlich. Ja, ja, weil... Jetzt ist halt so, dass durch Corona, glaube ich, so viel anfangen, dass wir halt auch gesagt haben, okay, wir wollen erstmal gucken, wer auch wirklich lange durchhält und so. Äh... Also ich habe ein Tor auf und ich hole dich jetzt vom Haken, wer immer da hängt. Ja, holt mich bitte runter. Ich hole dich vom Haken? Holen sie mich runter. Dankeschön. Komm mit, wir können hier raus. Lauf mal. Tinka, wo bist du? Ich bin durch irgend so ein Tor raus, das ich aufgemacht habe. Ach, du bist schon... Ach, du hast auch eins aufgemacht. Sollen wir auf Paul warten? Hey! Der kommt doch bestimmt gleich. Wo? So ein bisschen twerken, wenn er kommt. Mhm. Ja, komm. Das hat ihm vorhin so gefallen. So, einfach mit dem Arsch zum stehen. Ihr müsst mit dem Arsch zum stehen. Ah, du hast recht, ja. Du hast vollkommen recht. Ah, ja. Aber erst wenn er kommt, komm noch ein bisschen näher zu mir. Mhm. 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 Truck it. Hast du nicht die Truck Musik nochmal, Kaya? Äh... Äh... Skia! Das war aber knapp. Der war echt direkt hinter sich. Das war knapp. Wollte auch auf'm Arsch klatschen, naja. GG. GG. Lustig. Komm, Paul. Paul. Paul left the game. Oh nein. Paul hat keinen Bock mehr. Oh nein, Spackboy, ich twitch auch wieder ruf. Hallo. Spacktwitch. Paul, wir haben dir das nicht richtig erklärt als Killer, oder? Kann das sein? Ja, ich wusste erst mal nicht, wo diese blöden Haken sind, aber wen hab ich denn da eben? Mich. Wen hab ich denn? Dich? Tut mir leid. Ist okay, ich mag das. Du nimmst gerne im Haken. Wie kann man Killer sein? Links ist so ein Auge. Ja. Da drückst du drauf, bis du Killer bist. Ah. Und der Paul muss da auch nochmal drauf drücken. Aber ich bin jetzt nicht mehr, ne? Ich bin irgendwie... Nee, bist jetzt am Survivor. Hast du ja nicht gesehen, dass wir für dich voll getworked haben, so im Takt? Nee. Ach man. Ich war so beschäftigt mit der Maustaste. Oh. Warte mal kurz. Zum Überlebenden wechseln. Wie kann ich denn die sein mit dem grünen Rock? Wer ist denn jetzt der Killer? Ich, ich. Probiert mal probieren. Ich, ich, ich. Bitte ich. Ich, Digga. Ich, ich, ich. Ich, Digga. Hey, mich. Ich will. Also ich bin jetzt David. Falls ihr mich privat treffen wollt. Hallo David. Ich bin jetzt David. Du, du, David. Spackt ihr euch eigentlich Twitch-Guard auch rum? Nee. Spackt ihr rum? Twitch? Also ich sehe nichts mehr im Chat. War bei mir auch nicht. Ah, du hast recht? Sie sind eingefroren, aber sie sehen uns. Das muss auch niemand mehr da sehen. Nur Zuschauer. Oh, sie haben keinen Bock mehr. Nee, ich hab auch keinen Zuschauer mehr. Vielleicht war der von eurer Wortwahl her doch so ein bisschen... Die sind alle gebannt. Nee, das war die letzten Tage auch schon so. Da muss man einfach warten. Die Leute müssen einfach dranbleiben. Nee, nee. Ich glaub, daran liegt's nicht. Nicht refreshen, Leute. Sonst kommt ihr gar nicht mal rein. Daran liegt nichts. Also ich bin David King, wenn ihr mich sucht. Ich hab so eine Wildliederjacke an und eine Uhr von Edusho. Die ist aber gut von Edusho, weil die zeigt die Uhrzeit an. Edusho. Wie kann ich mir denn den Koffer geben? Wie kann ich das denn sehen? Mann, Kaya, hör mal auf. Kaya ist echt der Molunculus. Links siehst du doch diese... Du siehst doch links diese Quadrate. Diese schwarzen. Anpassen? Genau, Ausstattung, genau. Und eins drüber. Okay, jetzt hab ich ein Bart, falls euch das irgendwie... Das ist auch erotisch, aber noch eins drüber ist Ausstattung. Oder kannst du dir zum Beispiel eine Werkzeugkiste noch einführen? Warte, ich will erst eine andere Jeans. Ich hab jetzt eine Stonewashed. Warte. Jetzt geht's wieder. Ja, der Chat geht wieder langsam. Das ist der Chat. Guten Morgen, ihr kleinen Stinker. Chattypupsi. Sie kommen langsam zu sich, die wurden alle betäubt. Mann, Mann, Mann. Entschuldigung. Fun Deid. Geh so Deid. Danke. Okay. Okay, so ein Teiter. So, ich wär ready. Achso, wie mach ich jemanden an den Haken? Ah, das wird schon. Ich krieg das hin. Leertaste. Ich lag einfach als erstes Paul. Genau. Guter Plan. Halloween-Brotdose. Winter-Knallbonbon. Taschenlampe. Ach guck. So, ich weiß, ob der Chat jetzt geht, Leute. Ähm, ich hoffe ja. Das spackt halt manchmal einfach. Das ist halt Twitch. Abwarten wird gleich wieder gehen. Hallo, geht es wieder? Ja, ich lese euch wieder. Teilweise lese ich euch wieder. Einfach abwarten. Das wird's schon, Leute. Das wird's schon. Tschüss, ihr Schnuffel. Warte, warte. Okay, gut. Wollen wir den... Also du darfst uns nicht hören, aber den Killer hören, wollen wir das oder nicht? Nee, haben wir das die ganze Zeit nicht, oder? Nee, ich glaub, das ist... Ich dachte mir, es wär lustig, den Killer zu hören, aber der darf uns natürlich nicht hören. Ach so, okay. Ja, mir ist egal. Ich glaub, dann dürfen wir halt alle nix reden und uns absprechen, weil sonst labern wir uns die ganze Zeit alle durcheinander, oder? Was meinst du? Ja, du hast... Ja, wenn du einen Killer hast, der viel labert, ist das natürlich doof, ja? Ja, ich wär kein guter Killer, denn ich laber sehr viel. Okay. Dann lassen wir es Hobi isse. Oh, das ist so geil. Ah, schön, Kaija. Jetzt weiß ich, warum du hier bist. Gut, ne? Mit den Mädels macht Spaß. Ja, auch toll. Da wird direkt gelacht. Ja, toll. Ja, ich bin ja auch witzig, Paul, ne? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. So lange, ja. Oh, und sexy und gut aussehend. Oh, wo ist denn da, was ist das für eine Mädchen? Die leichten Fronts im Hintergrund. Die Fronts? Alter, die werden noch schwerer, die leichten Fronts. Ey, da sind wir hier bei Fasmo, wo sind wir in der Stuhle? Bist du das wieder, Kaija? Nee, ich hab das Körperschen, das bin ich. Ich hab nur noch ein Pulver. Ich hab nur noch ein Pulver. Ich bin Charles Fronten. Ich bin bei dir. Hallo. Okay, komm mit. Komm mit, wir gehen zusammen. Wieso hat Paul Panzer jetzt so Dingens um sich herum so? Nein, cool. Da ist der erste Generator. Ey, ich war noch nie in dieser Map, Brunde Scheiß. Oh no, oh no, sie hat nicht gesehen. Nein, Scheiße, was ist denn das für eine Kacke? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh, 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 Leute. Am out. Wie ist denn hier gelandet? Wie wähle ich denn eigentlich die Sachen aus, die ich mir vorher... Ach Scheiße, jetzt hat sie mich. Das gibt's doch nicht. Wie ist denn hier gelandet? Alter. Oh, hier. Wieso habt ihr eigentlich so viele Charaktere zu auswählen? Ich hab irgendwie nur zu 13 auswählen. I'm dead, I'm dead. I'm dead inside. Das ging ja schnell. Idiot Haar am Rücken, Hilfe auf einer Seite, den ganzen Busch, mehr als ich auf dem Kopf. Und da lieg ich jetzt drauf, man. Shit, come on. Ah. Ah. Sorry, dass ich grad laut bin. Ich kann mich vielleicht... Oh, Scheiße, ganz knapp. Ah. Ah, Kacke. Sorry, Leute. Irgendwie spackt grad Twitch rum. Ich hoffe, ihr seid alle noch da. Ach, da hinten. Wer hängt da? Ich. Du hängst sehr. Ich hol dich. Ich häng öfter mal. Warte, ich komme. Du hängst. Ich hör sie. Das ist aber nett von dir. Danke schön. Das war ich. Das ist so lieb von dir. Dafür darfst du auch unter meinen Rock schauen, wenn du magst. Cool. Okay. Mann, hab ich viel Blut verloren. Du siehst mir überhaupt nicht, wo ich war. Diese moralischen Angebote. Ist ja nur virtuell, Mann. Ja, richtig, genau. Ich hab viel Blut verloren. Mann! Lass mich... Einmal im Monat immer. Oh. Oh. Also im Keller ist ein Generator, den ich... La la la. La la la. Fixe. Was hast du gerade gesagt? Ich hab gesagt, im Keller ist ein Generator, den ich gerade fixe. Ach so. Was habt ihr denn? Ich hab was alles verstanden. Du warst abgehackt, deswegen ich fixe, hab ich verstanden. Ja. Ich bin im Keller, ich fixe. Ich so, okay, ich komme. Okay, ja, macht nichts. Jeder versteht, was er will. Ich bin im Keller, ich fixe. Kannst du mich massieren, bitte? Ja. Bitte massier mich. Bitte massier mich. Ich massier mich. Fuck. Aua, ich fixe. Nein, ich fixe nicht. Fuck me. For fuck's sake. Mann. Ich glaub, Tinka macht den schnellsten Kill von allen. Das gibt's doch gar nicht. So, ich verliere jetzt nochmal 10 Liter Blut. Endlich. Wirst du aufgehoben oder bleibst du da liegen und chillst? Ich bleib da liegen. Kann ich bitte? Tinka, bitte. Hey, lass ihn liegen. Hey. Tinka, sei doch nicht so. Hey. Sei doch nicht so. Sei doch nicht so. Verstopf den Weg. Versuch dich freizuwickeln. Ich verstopf den Weg. Mach, mach. Verstopf den Weg. Verstopf den Weg. Ich helfe dir. Warte. Scheiße. Schnell, 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 schnell. Ja, komm, Baby. Danke, Paul. Ja, du Homunculus. Ich hab das Homunculus gerettet. Dann rett jetzt doch die Hämorrhide. Die hängt jetzt auch am Haken, Mann. Ja. Vorsicht, du läufst ihn direkt rein. Ah. Oh mein Gott, Leute. Das ist die loste Runde ever. Oh nein. Und dann bin ich direkt wieder down. Ich bin direkt wieder down. Homunculus. Homunculus. Ich lauf so oft um die Tanne, bis er weg ist. Ich lauf so oft um die Tanne, bis er weg ist. Ich lauf so oft um die Tanne, bis er weg ist. Ich lauf so oft um die Tanne, bis er weg ist. Uff. Also offensichtlicher geht's ja nicht mit dem Blut hier. Wer liegt da vor mir? Ich bin jetzt am Haken. Warte, ich komme. Ich komme gleich. Ich bin in der Nähe. I'm on the Hake. Hold on a second. Hey, I'm on the Hake. Ich hole dich. Oh, sie kommt zu mir. Kick up. Nee. Ihr könnt zu mir kommen, ich kann euch heilen. Kommt hier rüber. Seht ihr mich? Wer ist das Mädchen mit dem grünen Rock? Ich? Gnu. Danke. Komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit, hinter mir her. Der grüne Rock wird dein Markenzeichen, oder? Oh, das Saftige ist doch weg. Warte, ich heile dich. Na, aber grünes Gnu wäre auch. Grünes Gnu. Sogar Handschuhe hast du an. Der ich? Nee, der Kaja. Sogar? Oh, ich bin Popi. Kling, das ist doch eine Bewunderung. Oh, Lederhandschuhe. Oh, Lederhandschuhe. Oh, Lederhandschuhe. Oh. Wer ist dieser, wer ist der alte Mann hinter mir? Da vorne? Ich? Das bin ich vielleicht. Bin ich scheiße? Oh nein. Oh nein. Warum, wenn ich was repariere, explodiert das scheiße nicht immer. Du musst immer Leer-Taste drücken. Oh. Wer hat mir den? Hinter mir her. Ich sehe. Ne, nicht mehr. Ins Gesicht. Das ist doch scheiße. Nicht mehr hinter mir her. Ich sehe sie. Hallo, I'm on the Hake. Ich hole dich gleich runter, Kaja. Ich kenne die Map überhaupt nicht. Ne, ich bin nur verletzt einmal, noch nicht zweimal. Achso. Ja. I'm on the Hake. Hol mich. Wer hängt denn denn da? Ich. Kann einer Paul runterholen? Ja, ich hole Paul runter. Aua, die Spinne pickt mich. Ah, ich werde geimpft. Oh no, oh no, oh no. Dann musst du scheiße. Da musst du natürlich Leer-Taste drücken. Oh no. Woher weiß die Tinker eigentlich immer, wo ich bin? Stream-Sniperin. Wieso? Warum rettet ihr mich nie? Du hättest jetzt Leer-Taste drücken müssen. Die ist hinter mir her. Ich soll mich nicht bewegen. Sie ist hinter mir her. Leer-Taste schon, aber du darfst nicht auf die Maus klicken. Die ist hinter mir her. Und ich bin am Boden. Wir werden so sterben alle. Wir haben noch nicht einen Generator. Sie ist wirklich gut. Hey, du hast ja einen schicken Pulli an. Ja, danke schön. Habe ich mich extra für dich angezogen? So, Bundeswehr. Boah, sage ich eigentlich immer, wo ich bin. Ja! Nein! Kurz vorm Haar! Eih! Lauf! Ich laufe wie ein Schmuck. Ich schmeiße den roten Koffer weg. So. Wow, zweimal weiß. Vielleicht haben wir ja doch noch einen. Wegen des Problems, die Generatoren zu finden. Ich habe sie jetzt zwei gefunden. Ja, ich auch. Ja, ja, da kommt der. Ah, guck mal hier. Da bin ich auch schon langsam, weil ich verletzt bin. Oh, Entschuldigung. Sie ist übrigens hinter mir her. Das ist gut. Und jetzt habe ich sie verloren. Oh, scheiße. Ich weiß auch warum. Hätte uns wahrscheinlich gehört. Und fertig. Und... Let's go. So, die läuft zum Generator, der gerade gefixt wurde. Ja. Und ich weiß nicht, was ihr gerade verstanden habt, aber ich sage nur fixen. Okay? Okay. Das ist englisch. Fixen. Wer ist denn Zen? Jetzt habe ich sie jetzt verstanden. Wo zum... Wo zum fixen sind denn die anderen Generatoren? Ich bin an einem dran. Oh, fixen. 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 Oh, fixen. Oh, fixen. Oh, fixen. Könnt ihr mir mal sagen, wenn man repariert, dann explodiert das und es hat doch nichts gebracht? Doch, genau. Da kommt doch dann immer so ein Kreis. Und in dem Kreis ist ja so ein... Ich würde es beschreiben, so ein Rechteck. Und da musst du immer, wenn der Zeiger über dem Rechteck ist, musst du immer Leertaste drücken. Das geht ganz schnell. Okay. Ist ein bisschen schwierig, aber... Gott, hier ist auch noch einer. Oh Gott. Tinka! Mach nicht! Oh Gott. Also ich tue sie ja ablenken, kein Problem. Ja, ich mache so lange einen Generator. Yeah, yeah. Mach so lange einen Generator. Tinka, das wird nix. Tinka, das wird nix. Tinka, das wird nix. Immer noch... Oh Gott! Das war dumm. Funktioniert der Chat? Bei mir ist er tot. Nee, immer noch tot. Ja. Egal. Okay, spielen wir halt privat. Mach's ihr mal. Dann können wir jetzt lästern. Nein, Spaß! Ich hab grad gedacht... Sie ist schon ein bisschen hässlich, ne? Wer denn jetzt? Ja, Tinka. Ja. Ich dachte, wir wollten das dann. Aber im Spiel nicht so. Also der Charakter, sie hat einfach acht Augen. Warte, ich hol dich vom Haken. Ich hol dich... Ist die weg? Kannst du mir das sagen? Ja, sie ist weg. Komma. Sie läuft zumindest hier weird rum. Komma. Wer ist denn grade im Haus? Okay, sie kommt zurück. Ich? Gnu? Gnu ist im Haus? Ja. Oh, da hätt ich aber Angst direkt an der Treppe. Du müsstest mich gleich heilen. Ja, aber da ist auch ein Fenster. Du versuchst dann rauszusnicken. Okay. Und was reparierst du grade? Gnu? Einen Generator. Und wir brauchen noch zwei und dann öffnet sich diese Emergency Tür. Ah. So. Jetzt jump ich hier aus dem Fenster raus. Dass ich sowas mit meinen alten... Brech mir die Beine. Und lauf weg. Spitze. Jetzt suche ich noch einen Generator. Wir brauchen noch zwei Generatoren. Soll ich dich heilen, Sinti? Ja, bitte. Ja, bitte. Kaya streichelt gerade wieder. Gefällt dir mein neuer Fließpulli? Von wegen verletzt. Ist er mit per Wolke waschen? Ja. Sinti ist überhaupt nicht verletzt. Die will einfach nur eine Massage. Gnu klar. Gnu klar. Gnu klar. Oh, da. Ich mach mit. Ey, ich wollte grad mitmachen. Was? Zwei? Ja. Was machen wir jetzt eigentlich? Ja, wir brauchen noch zwei Generatoren. Zwei? Ja. Du, ich hab immer noch... Lohnt es sich, den Chat zu reloaden, oder? Äh, ich weiß es nicht. Irgendwie ist Twitch down. Ach so. Also bei euch bewegt sich der Chat null. Twitch is down. Ich hab hier einen. Ne, der ist schon gemacht. Scheiße. Ich komm jetzt wieder, schon mal noch ein Stück Pizza. Sorry Leute, es tut mir leid, aber Twitch scheint irgendwie, ich kann kein Chat reden. Oh Mann. Ich guck mal kurz, ich hab eigentlich, ich wollte gerade ihr teamen, aber sie wollte nicht. Ich guck mal kurz, wenn ich mein Chat reloade. Ja. Reload. Soll ich mal den Chat reloaden? Ich bin tot. Tot? Oh, ich wollte es gerade tun. Eiskalt bin ich tot. Ne, it's dead, alle sind offline. Wo sind denn noch die anderen Generatoren? Ich find die gar nicht mehr. Wer ist da was? Hm. Ich weiß nicht, wo der andere Generator ist. Und hier nichts mehr. War hier hinten nicht einer oder haben wir den schon gefixt? Da hinten ist doch einer. Ah, gut. Oh Gott. Der ist. Also Twitch ist tot, ne? Wow. Hast du nicht mehr was mitgebracht, Kno? Wer denn? Der ist tot? Also reloaden bringt auch nichts vom Chat. Hast du essen mitgebracht? Sind die gar was meinst du? Hast du nicht mehr was zu essen mitgebracht? Oh, ich hab Kommis bekommen. Also es geht niemand an, ihr wollt auch streamen, kann ich. Ah ja, der hatte ich gleich. Mach auf Kommis. Hm. Fuck me. Ob die Leute, die hier sind, uns immer noch sehen? Wo ist denn hier eins von diesen blöden... Hm, die Generatoren, die sind so versteckt. Kann es sein, dass du vermehrt in den Häusern drin sind? Ich glaube auch. Ich finde nichts mehr. Nein! Scheiße! In die falsche Richtung! Vofaxig! Ah! Ich mach immer denselben Fehler. Ach so! Ihr seht den Stream noch. Nur der Chat gilt nicht. Dann hallo meine Süßen, die mir grad beim Pommes fressen zugucken. Auch wenn ihr grad in den Chat schreiben könnt, genießt den Stream. Guten Hunger. Okay. Stirbst du? Ja, ich häng am Haken. Ich struggle, ich struggle. Also die Streams gehen noch, nur die Chats nicht. Also nicht in der Nase bohren. Man sieht das nicht. Ist einer in der Nähe zufällig? Ich bin am struggle. Nur noch wir zwei. Ja, sie ist bei mir. Hm. Hm. Es ist zwar komisch, Selbstgespräche zu halten und ihr schreibt nicht, aber die Pommes sind vorzüglich. Muss ich schon sagen. Ich unterhalte mich grad mit meinen Mods im Chat. Übers Handy. Die sagen, dass sie mir einen guten Appetit wünschen. Hm. Es ist sehr deliziös. Hm. Es sind übrigens leckere, knusprig, braun gebrannte Pommes. Hm. 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 Wow. Krass. Ja. Scheiße. Wie werden wir jetzt Tinka wieder los, ohne dass sie es merkt? Ähm. Blockieren. Sorry, Discord hat auch Probleme. Wir können dich nicht hören. Hallo. Hallo. Das war eine super Runde, Tinka. Das gibt es ja gar nicht. Es tut mir leid. Ich war ein bisschen am Tryharden, aber ich hatte so Lust euch alle umzubringen. Der Hass is Will. Wow. Ich versuch mal einen neuen Chat irgendwie. Vielleicht bringt das was. Sekunde. Also zur Info, die Chats laufen. Wir haben auch grad meine Mods geschrieben. Beziehungsweise die Streams laufen. Nur die Chats nicht. Also jetzt nicht in der Nase bohren oder so. Ihr seid noch leid. Verdammt. Ich hab nämlich grad auch auf unerotischste Art und Weise Pommes gegessen und dachte mich sieht eh keiner. Aber dann hat irgendwann ein Mod geschrieben. Jetzt Vorsicht. Jetzt wird es, jetzt wird es unverschämt. Ja. Deswegen, ihr werdet gesehen. Okay. Die ist die Einzige, die noch nicht den Killer gespielt hat. Ja, oder? Wer? Wer ist der Einzige? Error loading data. Ich kann den Chat nicht aufmachen. Ich bin Sintika. 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 Ich kann den Chat nicht mehr pop outen. Sagt immer Error loading data. Das hatte ich aber die letzten Tage immer mal wieder. Nur nie so lang. Okay. Das ist jetzt ne ziemlich blöde Frage. Was nehm ich denn am besten für den Killer von Anfang? Meiner war ganz nice. Der war auch easy to play. Stand extra dran. Ja, Kadetten. Ich unterhalte euch trotzdem. Und tue so, als wer dir da und will sagen, dass ihr meine Hörnchen mögt. Und welche Füllung ich habe. Und ich fühle mich so einsam ohne euch. Wo seid ihr? Knus. Streamen ohne Chat ist nicht das gleiche. Ähm. Diese Dinger hier irgendwie. Oh, Verbindung zum Chat ist nicht da, ne? Nee, bei mir auch nicht. Nee, voll komisch, gell? Streamen ohne Chat ist einfach kacka. Ja. Schade. Wir vermissen euch. Ja, schade. Wir vermissen euch. Ganz eff. Chat. Hey. Alerts habe ich übrigens aus. Aber vielleicht gehen die ja. Kann ich mal gucken. Ich teste mal über Alerts. So viele Leute da sind. Grad mir mein Mod Leiray gesagt. Ich habe mal Alerts an. Aber ich glaube auch selbst so kriege ich kein Lebenszeit. Heißt nicht, dass sie jetzt irgendwie was spenden oder donaten sollten. Und falls Leute jetzt irgendwas subscriben. Mir wird es nicht angezeigt. Weil es wird mir auch nicht im Aktivitätsfeed angezeigt. Vielleicht wird es mir so angezeigt. Doch, doch, wir sind da. Die Mädchen reingenickt. Halli. Naja, ich war nur kurz irritiert, ob ich irgendwie... Aber nicht. Kein Chat, schade. Irgendwie doof. Ja, gell. Twitch ohne Chat ist wie Kaffee ohne Milf. Ja. Ich vermisse die ganzen Beleidigungen so sehr. Ist es so schlimm bei dir? Nein. Nein. Also nicht mehr. Ihr Lieben, habt ihr alle Discord? Ja. Was denn? Ich habe meinen Leuten gerade gesagt, sie sollen einfach in den Discord, in den Talk-Channel gehen. Und dann haben wir zumindest ein bisschen Chat. Boah, ich glaube der wird explodieren. Aha. Aber das ist doch nicht schlimm. Ja, bei mir schreiben sie gerade alle. Das ist eine gute Idee. Weil dann haben wir ein bisschen Chat. Kommt auf meinen Discord, Leute. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, das ist süß. Genau. Also im Zweifel machst du einfach auch einen neuen Channel auf für jetzt und löscht den nachher wieder. Aber ich habe gesagt, alle in die Schmusi-Stube und dann könnt ihr da schreiben. Schmusis. Habt ihr gehört, Chat. Jetzt muss ich Homie fragen, aber der kann ja nicht mit mir chatten. Gut. Das macht er bestimmt. Sollen wir einen allgemeinen Chat? Sollen wir einen neuen Chat? Was machen wir jetzt? Oh, süß. Grüß Noah. Wir sind hier. Oh, seid ihr süß. Ich komme jetzt in die, ich bin in der Gnuweide. Da könnt ihr mit mir schreiben. Okay? Auf meinem Discord Gnuweide. Da kann ich euch lesen. Okay. Bleiben wir im Allgemeinen, Homie. Ich frage dich nochmal, ob du mich hörst. Wer ist dein Homie? Bitte? Das ist der Admin, der so alles regelt auf dem Discord. Das brauchst du alles noch. Du brauchst so Discord. Das ist so wie wenn eigene Chat-Server-Dingens. Oh, ist das süß. Jetzt schreiben alle rein. Jo, hier. Guten Tag. Macht eure Alerts an, gell? Weil die können auch euch, die Alerts funktionieren auch noch. Da haben sie grad geschrieben, wir sind hier. Wie süß. Alerts hab ich an, ja. Gebt uns ein Zeichen. Schreibt in den Discord. Schreib in den Discord. Wie ist dein Name? Kannst du mich hören? Wie ist dein Name? Genau. Wo bist du? Und die Leute, die sich grad normal im Discord unterhalten haben, denken sich, was soll das? Genau. Ich will mich in die Ruhe unterhalten. Ohne die ganzen... Ja, da waren grad voll die normalen Unterhaltungen. Die wollten sich grade nur spielen. Oh Mann, Leute, ey. Oh, Will. Oh, seid ihr Süßes. Wir leben noch. Ja, hallo. Oh, Will. Mit der Kettensäge hätte ich jemandem schnell hinzelt. Mit wem bin ich denn da Ringelrei um Tonnen getanzt? Hier, hier, hier. Oh, das war auch so. Ich denk, das kann ja wohl nicht wahr sein jetzt. Bleib doch mal stehen und lass dich töten. Bleib doch mal von Dalu gelernt. Bleib doch mal von Dalu gelernt. Bleib doch mal von Dalu gelernt. Wir sind gleich wieder da. Dalu macht das bloß wesentlich besser. So, ich bin bereit. So, der Twitch-Shirt wird nach hier verschoben. Ja, weil leider mein Twitch buggt. Aber schön, dass ihr trotzdem da geblieben seid. Total super cute. Das ist echt cutie pie. Report. Zuerst Twitch-Shirt, jetzt Discord-Shirt. Auch ohne die Twitch-Shirt sind wir da. Das ist süß. Ihr habt doch alle die ganzen Emotes. Wir haben dich die ganze Zeit beobachtet. Der Fall stellt euch mal vor, ich hätte jetzt gedacht, okay, hey, die sehen mich eh nicht bohr als in der Nase oder sowas. Wäre voll peinlich gewesen, ey. Geh, Entschuldigung. Ich dachte nur, wenn keiner was sagt. Oder keiner atmet. Ja, ich bin da. Keiner atmet. Ich, ich atme. Hört ihr auch die Musik? Im Spiel? Ja. Die ist cool. Können wir da so ein bisschen zuhören. Twitch ist Impostor. Genau, es ist ein Fehler von Twitch, deswegen sind die Leute nicht so gut. Ja, gemütlich. Und jetzt Marshmallows. Okay, ich drücke auf Ready und los geht's. Aber ihr könnt ja auch den Leuten, die in Discord nix checken, auch gerne meinen Twitch-Account mal reinposten, dann wissen die, wo ich bin. Wer ist denn jetzt? Sintika. Sintika ist Killer. Oh, ich hab Angst. Du darfst uns auch nicht mehr hören, Sintika. Du hast dich nur gemutet. Oh Gott, du mach ich das aus. Nein. Wir können das ausmachen. Dreh uns runter oder so. Jetzt hat sich, hey, jetzt ist sie aus dem Spiel raus. Sintika, was hast du gemacht? Ich glaub, sie sind nur aus dem Discord, oder? Also ganz raus aus dem Discord. Oh, Steam gefunden, voll dabei. No, Chirochen. Dankeschön, Chirochen. Chirochen, das ist so lieb. Dankeschön. Macht ihr das Spiel Spaß? Wie heißt der, Paul? Wie heißt der? Du Arschlöcher. Und nicht nur wieder dieselbe Map. Ich hasse die Map. Echt? Ich fand die super. Wirklich? Ja, als Killer ist die gut. Mir fällt jetzt ein, dass ich Pipi machen muss. Ich müsste auch. Warte, ich komm mit. Warte. Okay. Hier die Busch. Nein, ich meinte nicht. Ich meinte, ich laufe hier gerade jemanden hinterher mit der schmutzigen Jacke. Ich war auch kurz irritiert. Wer ist das? Wer ist das? Mir, mir. Ging's hier nicht irgendwo gerade runter? Das war cool. Ja. Ist das mir, mir. Hier. Übrigens, wenn ihr rennt und Krähen auch scheucht, dann sieht es der Killer auch. Ich weiß aber, aber gehen die Krähen nicht, scheucht man die sowieso nicht auf, wenn man vorbeiläuft? Nee, aber langsam läuft nicht. Danke Nils, vielen Dank, so süß. Dankeschön. Hier im Keller war doch einer. Komm her, rechts rum. Scheiße, ich hab... Ich hab... Du hast mich verloren. Ich hab natürlich wieder den Paul hinter mir. Äh, die Sintika. Oh ja, ich seh sie. Chat, wo ist hier so ein Generator? Alter, ich steck fest! Wie scheiße ist das denn? Weiß jemand, was ich mit Schlüssel machen kann, den ich hier gefunden hab? Ich... Das ist so n... Blödes Idiotenspiel. Ach, Kaya, du Schmullibeer. Ich bin salty. Aber richtig. Weil ich kannst du dem den Schlüssel in die Nase stecken. Ich hätte jetzt gesagt, in was anderem, aber es ist da ordentlich. Das kann nicht sein, dass die Tür hier zu war. Einmal den Arsch stecken und umdrehen, Mann. Ist er dafür da? Oder hat er es... Ja. So verwendet man eigentlich Schlüssel. Hahaha. Ach, fuck off. Ach, heil je. Ach, Kaya. Der hat denn da auch gerufen. Ich glaub, Kaya wurde gerade angemurkst. So ein Idiotenspiel, weiß ich, häng an irgendeinem Lattenzaun fest. Und war dann eingekesselt. Hab ich auch gehabt vorhin. Oh, hallo. Was machst du denn hier? In dem Haus bin ich hier völlig useless in dem Haus. Wer ist denn die Grünrock? Knu. Ach, du hast den. Vielleicht merkst du es dir besser, wenn du das mit dem Namen Knutte verbindest. Knu. Oh mein Gott. Ne, ich dachte mal, ihr sucht immer ein anderes Ding aus. Knu, was war nochmal der Grund, warum du nicht mehr saftiges Knu heißen wolltest? Hahaha. Damit ich Leute Knutte nennen können. Dann ist Knutte viel besser. Nein, ich warte nur Spaß. Wer hat mich denn hier geheilt? Kannst du mich heilen? Ach so, ja. Scheiße! Komm schon wieder Sintika! Wo denn? Weiß ich nicht, ich hör sie. Ich hör sie, ich hör sie. Er ist ja wieder hinter mir her. Ich komm nicht mehr hoch. Ja, das kenn ich. That's what he said. Wieso passt die Tante immer hinter mir her? Das gibt's doch gar nicht. Love is in the air. Ich weiß halt nicht, wo so ein Generator ist. Ich seh die nicht. Hi, hast du einen Generator gesehen? Ich hab noch keinen einzigen gefunden. Oh Mann, erschreck mich doch nicht. Wirklich? Ich steh neben dir und rede mit dir. Ja, aber du... Boah, weiß ich denn. Deine Lippen bewegen sich doch nicht. Wo ist doch ich das denn sehen? Weißt du, wo ein Generator ist? Glück gehabt nicht. Nee, ich hab auch noch keinen einzigen gefunden, ey. Kann ich mich bücken? Weiß jemand, ob ich mich bücken kann? Ich geh in die Ocke! Kaya, du Drecksack. Weiß jemand, ob ich mich bücken kann? Ja, auf STRG. Und zwar bei der Tastatur ganz links. String. Ah, okay. Unten. Beim String. Beim String-Tanker. Ja, String. Okay. Da ist ein Generator. Ah, und ich kann mir entbücken. Ah, und ich kann mir entbücken. Ah, und ich kann mir entbücken. Bend over. Ah, ne Krähe. Warte, ich bück mich. Ne Krähe. Das Drehen so geil finden würden, wenn wir uns alle umdrehen würden. Oh Scheiße. Leute, Hilfe. Sie hängt mir am Arsch. Keine. Sie hängt mir richtig am Arsch. Vielleicht kann ich sie ablenken. Sorry. Ach du Scheiße, ich bin down. Sie hat ihren riesen Prügel rausgeholt, Mann. Ich sehe dich kriechen. Warte jetzt, hebt er dich hoch. Ich habe es auch gesehen. Aber ich habe mich gebückt. Ich kann nie wieder laufen, Mann. Okay, ich bin direkt um die Ecke. Direkt um die Ecke. Ich komme nicht raus. Die macht One-Hit damit, ne, mit ihrem Prügel. Scheiße, sie ist hinter mir, sie ist hinter mir. Was ist denn One-Hit? Dass man direkt down ist, bei einem Mal schlagen. Komm mit. Bist du das Mädel, Paul? Nein, ich bin hier hinter dir. Ich bin hier mit der roten Kaffee. Was war grüner Rock nochmal? Gnu. Ja. Das war dumm. Oh, wer liegt da hinten? Die hat mich. Scheiße. Oh, die ist richtig aggressiv. Ich glaube, diese ganze Musik, die sie spielt, das tut ihr nicht gut. Das macht ihr aggro. Ich finde auch, wie gesagt, keinen Generator. Ich hänge hier ein bisschen ab. Bei mir ist der Generator direkt gegenüber. Wir stehen hier direkt vor einem Generator, Leute. Ups. Dann mach du den. Ich suche einen anderen. Ja, aber sie kommt gleich zurück. Paul, was machst du da? Komm her, hilf mir. Ach so, du holst sie runter. Sehr gut, mach das. Ich hole sie runter, ja. Wer hängt denn da jetzt? Ich. Siehst du mich? Mann, das gibt's doch nicht. Ich kann mich bücken, wenn ich auf String drücke. Siehst du das? Auf String-Tanker. Ja, aber bevor du mir jetzt einen Antrag auf Knien machst, wär's super lieb, wenn du mich heilst und runterholst. Ich hab dich doch schon runter... Oh, mich heilen. Magst du mich heilen? Oh, warte. Was sind das für Geräusche? Was muss ich denn machen? An mich ran und Maustaste. Danke. Okay, ja, da bin ich. Oh, genau da. Da noch ein bisschen mehr links vielleicht. Hör doch mal auf. Was ist das hier? Das ist doch genau das, was du wolltest, Paul. Ich hab's mir nicht so gut vorgestellt. Schau mal. Können wir die Kamera bei mir ausmachen? Nur mir nicht, Kaya. Nur mir nicht. Ich hab schon kein Hemd mehr an. Da vorne ist ein Generator. Sollen wir den zu zweit angehen? Ich hab schon ein Baby aus der Brust hängen. Warte, ich komm mit. Wo ist der denn da? Das ist ein Baby aus der Brust hängen. Da ist sie. Da ist sie. Oh Gott. Ich hör einen Herzschlag. Aua. Warte, ich bück mich. Das funktioniert nicht. Nein. Sieht der mich, wenn ich mich bücke? Ja. Wenn du direkt voll bist, ja. Hi. Gibt's hier unten einen Generator? Oh mein Gott, ja. Aber ich glaub, ihr bringt sie grad zu mir, kann das sein? Nein, mein Generator ist gleich fertig. Jetzt kommt sie. Wir sind alle anders. Warte, ich bück mich. Kann mich einer heilen? Ja. Ja. Du bist doch noch voll. Du bist voll. Achso, ich bin voll. Soll einer, braucht einer von euch Heilung? Nee. Aber wir müssen hier wieder raus. Wir müssen nur meinen Generator finden. Machen. Wie kommen wir hier wieder raus? Ich hab' hoch. Hier. Wo ist die? Ach, da. Was ist das, wenn man da so'n schwarzes Loch sieht? Wo ist sie? Äh, dann... Äh... Away to another universe. Also, Bienen und Blumen, Paul. Genau. Was? Okay, der war schlecht. Sorry, tut mir leid. Aber ich fand den war gut. Naja. Die einfache... Ja, wir sind einfache Leute. Ja, einfach gestrickbar. Bist du behindert? Wir wollen jetzt... Oh, ein Generator ist ja hier im Keller. Oh, warte. Ich bück mich. Ähm... Hier im Keller von dem einen Schulgebäude da. Oh Gott, ich hoffe, sie findet mich hier nicht, ne? Danke, Shiata. Nein, sie hat mich. Sie hat mich. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. 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 Kann dir jemand helfen? Ich bin grad... Jo, äh... Kommt nicht in meine Richtung, Leute. Ist die noch bei dir? Ja, die hängt mir am Arsch. Okay. Oh scheiße. Ja, das hat sie verdient. Boah. Aua. Machst du den Generator hier mit mir? Ist noch einer im Haus drin auch, gell? Ja, das bin ich. Ganz versteckt. Unten, im Keller, das bin ich. Holst du sie vom Haken, Paul? Ja. Sehr gut. Weißt du, wie das geht, Paul? Ja. Er hat mich grad auch schon vom Haken gelassen. Oh, der Chat geht wieder. Nein. Leute, die Chats gehen wieder. Ja? Ja, ausgerechnet jetzt. Danke, Baby, für 100 Bits. Ich seh dich, seh dich. Wer ist grad auf dem Boden? Ich. Paul. Paul. Ich seh dich. Ich bin in der Nähe. Warte. Ich spück. Ich spück dir. Ich hab mich gebückt und er hat mich gesehen. Ja süß, die leben wieder. Wer hängt denn da hinten ganz weit? Ja, ich bin das. Ich? Ich bin gleich tot. Warte, ich komm zu dir gerannt. Aber ich wollte euch noch ein bisschen Zeit lassen. Hä, wie lang hängst du denn da hinten schon? Warte, ich komm, ich komm. Schon ne ganze Weile. Ach, warte, warte, ich bin gleich da. Ich bin hängen geblieben. Ich bin gleich da. Oh mein Gott, Kaya, das wird echt eine Sekunde. Oh mein Gott. Ich komme. Ich komme. Ich bin da. Ich bin da. Oh mein Gott. Auf die Millisekunde. Hast du das gesehen? Und natürlich kommt sie gleich. Oh nein. Sie ist hinter mir her. Ja, egal. Ich opfere mich. Ich soll mich nehmen. Wer hat mich denn gerade geholt? Ich. Oh Mann. Ich könnte dich heilen, ne? Ich bin jetzt eh tot. Es ist eh tot. Hat sie dich schon wieder geholt? Ja. Gar nicht. Ja. Nur kurz AFK. Danke, Dralex. Für 100 Bits. Kann ich mich nicht heilen. Soll ich mich nicht drücken? That's it. I'm out. Nein. Kann ich dich nicht runterholen? Nein. Scheiße. Mir kann man keinen mehr runterholen. Das ist vorbei. I'm dead. War schon zu oft heute. Irgendwann ist es aus. Jetzt reicht's. Nach dreimal ist Schluss. Mann. Schon wieder in meiner Nähe. Oh. Wo bist du? Ich bin... Hallökenu. Schön euch wieder da zu haben. Das war so öde ohne euch. Hallo. Ja, ich bin leider gerade gestorben, wie ihr gesehen habt. Ganz erbärmlich. Der Chat geht endlich wieder. Das war so öde ohne euch. Ich wusste gar nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll. Wie süß ihr einfach drangebleiben seid. Ihr seid ja richtige Schnuckels, ey. Wahnsinn. Richtig süß seid ihr. Richtige kleine Schnuckels. Äh, fast Mo. Keine Ahnung. Kann ich nachher mal die Leute fragen. Danke schön an Claudi für dein Priming. Kannst du mir erklären, wie meine Discord kommt? Ich check's nicht. Meine Mods posten ja einen Link rein. Ja, ihr seid endlich alle wieder da. Ja, süß. Es läuft endlich wieder. Vor allem, wie nett, dass ihr überhaupt da geblieben seid. Das finde ich ja richtig schnuckelig. Damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Na klar bin ich sweet. Aber du dich auch immer. Ach, Kaya. Ja? Wusstest du eigentlich, dass wenn du in... Du darfst in Schränke nicht rennen? Das wusstest du, gell? Was darf ich nicht? Du musst immer in Schränke langsam reingehen. Wenn du in den Schrank rein rennst, dann ist es wie eine Explosion für den Mörder. Ach so. Genau das Gleiche. Ich hör sie, ich hör sie. Hilfe! Das Gleiche gilt für Fenster und alles, wo du drüber springst. Okay. Aber das wusste ich nicht. Ja. Gut. Hilfe! Also am besten... Am besten gar nicht rennen, ja? Okay, ich lenk sie ab, ich lenk sie ab, ich lenk sie ab. Mach den Generation. Ich hab einen, ich hab einen, ich mach einen. Sehr gut. Ich kann grad... Ich kann grad den Chat leider nicht neu... Danke, Bibi, für dein Prime. Dankeschön. Wie heißt du eigentlich? Jasmin Sibel oder Sibel, Jasmin? Jasmin Sibel. Aber nennt mich, wie ihr wollt. Haben wir uns nicht geheilt zwischendurch? Ist sie wirklich tot? Ja. Nein, du hängst noch. Oh, ich häng noch, ich häng noch, ich häng noch. Ja. Okay, okay. Danke. Ich hab dich gerettet. Danke, Sophia. Vielen, vielen Dank. Ihr wart im Geistermodus. Ja, ihr wart im Geistermodus. Nein, mich heilen. Mich heilen. Ah, okay, der Discord ist momentan für neu nicht zugänglich. Wir werden euch Bescheid geben, weil die Mods tun da grad ganz viel neu machen. Und ich werde mich jetzt auch nochmal für die Discord-Partnerschaft anmelden. Deswegen ein bisschen Geduld. Speedy, danke für den Stufe 1. Aber wir sind jetzt auf Discord 26.000 Mitglieder. Wir müssen da ein bisschen Struktur reinbringen. Deswegen vielen Dank an meine Mods. So, das gibt's doch nicht. Mann, boah, weiß sie immer, wo ich bin? Hm. Die ist doch am Stream snipen. Ja, die guckt grad alles. Für sie hat so fünf Bildschirme und jeder hat uns in den Stream ist dort online. Wo ist denn noch ein Generator hier? Danke, Maus. 100 Bits. Vielen Dank. Dankeschön. Kannst du die Cam auf die andere Seite machen? Stimmt. Das mach ich dann gleich nach der Runde. Dankeschön. Es lebt... Ja, das mach ich jetzt direkt. Na, ihr habt schon recht. Ich bin ein faules Sau. Die Community rastet immer aus, wenn sie mich auf der anderen Seite sehen. Wisst ihr? Die sind das nicht gewohnt. Jetzt schreien sie gleich wieder in 3, 2, 1, los. Jetzt wird gleich wieder geschrien. Ich weiß es. Was? ADHS? Was? Fugel, Fugel. Die hat mich gesehen! Scheiße! Du bist in der Nähe, ne? Oho. Okay. Okay, ich bin tot. Danke. Nein, was? Hängst du denn schon zum zweiten Map? Anders. Ah! Auf rein! Oh Mann, jetzt wird's eng. Aber ich lauf' gerade mit Gnu über eine Wiese. Oh Mann, das ist so romantisch. Moni, danke für zwei Minuten. Zwei Monate. Füllung ist heute Himbeer und Erdbeer. Du wüsste, wo noch Generatoren sind. Die hat mich nicht gesehen? Ne. Du bist so grün wie der Busch. Krass, die hat mich nicht gesehen. Äh. Lauf, Paul, lauf. Also, das ist in meiner Nähe übrigens. Das ist gut. Ich suche einen Generator, aber ich finde ums. Danke, Carsten, für 200 Bits. Fuck me! Scheiße! Kaya, du bist getroffen. Ja. Der ist schon verledigt. Oh nein. Das ist immer noch hinter mir her. Oh my dear. Immer noch hinter mir her. Oh my dear. Oh, schade. Fuck, und weg. Peace. Ich hätte mich nicht bewegen sollen, nicht trotteln. Oder was anderes anziehen. Herauswinden, wie die kleine Made im Speck. Fuck. Kann ich nicht gleich umgehen? Ja, du hast es gleich. Oh. Immer kurz vorm Wigglen. Ach, Mann. Okay, struggle, 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 struggle. Danke, Carlos, für ein Geschenk ab an Mrs. Angie. Danke zu ihm. Kirsch und Erdbeere. Tut mir leid, es ist Kirsch und Erdbeere. Frohes Neues an alle übrigens. Oh, danke schön. Wo heilen wir uns? Ja. Wo machen wir es uns jetzt schon wieder? Das gibt es auch nicht, die Tante. Die soll doch nicht campen. Also, wenn ihr mich normal erwischt, bin ich tot. Ist wieder hinter mir her. Das ist wichtig, Kaya. Du musst immer ganz verwinkelt laufen. Gerade Strecken wird sie dich immer einholen. Ich weiß, aber ich habe... Klugscheißer aus dem Jenseits. Das ist gut. Klugscheißer weiter. Das ist gut, gut. Hat sie dich? Oh, Mann. Die kommt mir direkt immer... Wie, woher weiß die? Ich finde, es ist selbstverständlich, drinnen zu bleiben. Also, ich komme rein, um zu schauen und nicht kurz zu schreiben. Aber trotzdem süß. Also, ich hätte nicht... Ich dachte, es sind null Leute mehr da eigentlich. Da finde ich total goldig von euch. Aber ich bin in deiner Nähe. Und auch mal ein dickes Danke an die... Danke an Dennis für einen Stufe 1. Dankeschön. Und auch vielen Dank an die ganzen stillen Zuschauer da draußen. Die Leute, die nie schreiben, sondern einfach nur zuhören und da sind. Und natürlich auch an die Aktiven. Auch ganz dickes Dankeschön. Aber auch an die Stillen. Komm... Wieso sehe ich dich eigentlich? Weil wir nur noch zu zweit sind? Ja. Wo ist die? Ah, sie ist bei mir. Danke in Victum D. Für zwei Monate. Ich merke, Dennis Plims. Dankeschön. Danke an Nadja. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Groß. Schon wieder. Siehst du sie? Ah, ich sehe sie. Nee. Die war in dem Generator, in dem ich war. Okay. Oh, jetzt nur die Skill-Checks hinkriegen. Bist du verletzt, Zinka? Nein, 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 nein. Ich versteck mich gerade vor. Süß, Safina. Gerne wieder still bin. Süß. Sie kommen zu dir. Ich sehe sie. Ja, ja. Ah. Nur die Stillen sind Geniezer und schweigen bei den guten Streams. Sie! Sie seid es sie. Sie macht immer dasselbe. Sie ist so'n Sack. Sie rennt immer in die andere Richtung. Das gibt's doch gar nicht. Fuck. Oh, Kaya, nein. Please don't die. Danke, Toxic. Vielen Dank an den Prime und danke Valentina für 100 Bits. Und danke an Doromi für ein Stufe 1 Sub. Danke, was geht denn ab mit euch? Danke. Kann ich den Chat beloten, wenn ich... Und danke Tequila für 200 Bits. Gut, gut. Ordentlich. Er wurde geimpft. Kann ich denn diesen blöden Chat wieder beleben? Das geht doch gar nicht. Also bei mir geht doch bei dir nicht. Komme ich denn jetzt hier rüber? Wo ist meine doofe Maus? Wer ist denn jetzt noch da? Ich. Ich versuch das jetzt einfach. Bis es nicht mehr geht, mach ich jetzt das Ding hier weiter. Dankeschön an Kreatine für ein Stufe 1 Sub. Und danke an Dunkel Arni für ein Prime. Vielen Dank. Ich hab das versucht. Dankeschön. Und danke an Lala für 300 Bits. Dankeschön. Ich gucke deine Zins immer, wenn du Schluss machst nochmal. Süüss. Tschüss. Vielleicht wäre da auch was. Danke an Raymox für eine Stufe 1 Satz. Piafmin würdest du Sarah einmal grüßen von mir. Super Stream. Mach weiter so. Liebe Sarah, schön, dass du da bist. Und Dankeschön an MC Skillner für 5 verschenkte Stufe 1 Satz. Dankeschön. Vielen Dank. Ihr seid echt verrückt. Vielen, vielen Dank. Und vor allem auch, ähm... Danke Schnecki für 200 Bits. Ihr seid einfach nur verrückt. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Vielen Dank auf jeden Fall. Nee, vom Krankenhaus. Kann ja nicht aus dem Spiel raus. Doch, du kannst mit STRG Alt und Ent entfernen deinen Task Manager öffnen. Ja. Und dann kannst du aus dem Spiel raus tappen. STRG Alt und dann entfernen. Gleichzeitig bedrückt lassen. Nein, ich weiß, ich weiß schon, wie man aus dem Spiel raus geht. Aber, ähm... Ich war ja im Spiel drin. Ich konnte jetzt nicht sagen, du, ich bleib mal hier kurz hocken. Ich war ja total... Oh, sie ist hinter mir. Ach so, das meinst du. Sorry, ja. Ja, ja. Denver, danke für den Stufe 1 Satz. Und danke Celine für den Stufe 1 Satz. Und danke an Bardo für den Stufe 1 Satz. Was denn los mit euch? Seid ihr verrückt? Habt ihr mich so vermisst? Ich finde ein Lächeln der Lippen jetzt so viel schöner. Vielen Dank. Dankeschön. Ich auch. Ich bin so happy. Das war so dumm. Wenn ich alte Bilder und Videos von mir anschaue, dann geht... Boah. Und Twitch hat die letzten Abende ständig Aussetzer gehabt? Ja. Bei mir auch voll oft. Es summt hier nirgends. Danke an Black Panda. Vielen Dank für einen Beschenkelsatz. Kannst du dich selber heilen, Tinker? Ne, nein, du hast nur eine Taschenlampe in der Hand. Ach doch. Der Luke ist bei RTL. Wacht dir einer. Oh Leute, danke an Chris Katana für 100 Bits. Danke an Clara für 100 Bits. Ich liebe einfach dein Content, deine Art und deine Meinung zu Feminismus und so weiter. Love it. Dankeschön. Dank an SGT. Zodiac für deinen Prime. Vielen Dank. Und Dankeschön an Anonym für 1 Euro. Danke für deine tollen zu lieben Videos. Vielen Dank. Ihr seid... Mehr selbst für Frauen kann man nicht bekommen, nur ich euch. Dankeschön. Ich bin eigentlich kein selbstbewusster Mensch, aber das ist so lieb von euch. MS Rizzi. Dankeschön für den Stufe 1 ab. Vielen, vielen Dank. Beziehungsweise, ich habe schon Selbstvertrauen in vielen Bereichen, aber gerade gegenüber meinem Content bin ich immer so, oh, ist es gut genug. Und ich finde es einfach so verrückt. Also vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sehr süß. Hypetrain Level 5 203. Es ist einfach ein Exploden. Das ist ein Keinge-Luke. Das ist... Oh nein. Nein, 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 nein. Mist. Oh no. Wo ist die Luke? Ein anonymer Schenker. 5 Stufe 1 Subs. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke an den Anonymen. Dankeschön. Danke Rezi für 100 Bits und danke Zombo für 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Und danke an den Boyfriend Stufe 1 ab, Leute. Ist doch einfach nur verrückt. 310, Alter. Tiengeli. Du hast ja bestes gegeben. Ich habe es versucht für euch. Aber gut gemacht, Sintika. Käpt'n Urano verlängert sein Geschenk-Abo von Bach. Vielen Dank. Das ist ja süß. Sehr gut. Ich könnte dasselbe sagen. Wow. Da hat man sie gehört. Oh Gott. Ich habe das Geräusch nicht erkannt. Boah. Du warst echt gut. Woher wusstest du, wo ich bin? Danke schön. Hast du meinen Stream auf, Sintika? Nein. Ich habe den Chat überhaupt nicht gegeben. Also nein. Ich konnte mich nicht vor dir. Ich konnte nicht. Du warst ständig mir am Sack. Ja, aber wirklich. Du hast noch besucht. Ich habe dich andauernd gesehen, Kaya. Ich habe keine Ahnung wieso. War sie gerade hinter dem Haken? Hast du die Luke gesehen, Sintika? Nee, gar nicht. Ich auch nicht. Ich sehe euch wieder, Chat. Ich sehe euch wieder. Alles gut. Kaya, wenn du rennst, kann der Killer sehen, wo du hingelaufen bist. Hast du mich gesehen, Sintika, wo ich hingelaufen bin und so? Überhaupt gar nicht. Also wenn ich dich getroffen habe, dann schon natürlich. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Dich habe ich irgendwie gefühlt immer gesehen. Sag mal, Kaya, wie man Saiyajin ausspricht. Ja, Saiyajin halt. Dann schreib doch anders. Meinst du Saiyajin? Saiyajin? Was heißt denn das? Saiyajin? Äh, Dragon Ball. Das ist ein Dragon Ball. Was? Kaya? Mach jetzt keinen Fehler. Ja. Hat ich mich gerade fertig gemacht? Kann ich ja sogar. Das ist nicht meine Generation, Dragon Ball. Dragon Ball ist die Generation von jedermann. Ist Dragon Ball ein Charakter in Minecraft? Oh mein Gott. Gnu left the game. Dragon Ball. Ja, Dragon Ball halt. Kaya, Dragon Ball. Hast du keine Dragon Balls? Ich habe zwei Dragon Balls, ja. Ja, also hast du schon zwei gefunden. Es gibt insgesamt acht, man. Paul hat auch noch zwei. Wir haben ja alle welche. Ich habe auch Eierstöcke. Nein, Dragon Balls. Der spätere Abend ist so schlechter das Niveau. Dragon Balls. Das, was du wolltest, Paul. Du hast gesagt, nur medisch, Kaya, nur medisch. Es wird geile Mädels. Prächtige Mädels. Ein Anime aus den 90ern. Ja. Jetzt wird's gefährlich, Kaya. Danke an Leema und Danke an Jerry Jeng. Danke an Alpha für ein Geschenk. Danke an Jack für zwei Stufe 1 Geschenk. Danke an Franzi für 100 Bits. Finde deine sieben Dragon Balls. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Monatelang spreche ich Saya, jedenfalls Saya Jin heißt es ernst. Saya Jin, genau. Deswegen, sie wollen ja, dass du sag Saya Jin. Sag einfach... Aber warum steht da nicht S-A-I-D-S-C-I-N? Saya... Warum steht Y-A für Jin? Das ist doch Bullshit. Ich weiß es nicht. Aber ich habe die perfekte Rolle. Du bist Newton Roshi. Was? Du bist Newton Roshi. Was? Dein Chat wird wissen, wer es ist. Was? 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 Kein Wort. Haha, Newton Roshi. Das ist der coolste Charakter von... Newton... Der Oschi. Haha, das ist der coolste von allen. Das ist so ein alter Opa. Und immer wenn die heißen Girls kommen, dann spritzt die ganze Blut aus der Nase, weil er so notgeil ist. What? Das ist doch Paul. Kaja, du kennst aber Golden Boy, oder? Äh, das ist ein Porno. Ein Gay-Porn. Ja, den kennst du, ne? Hahaha. Habe ich bei Paul mal gesehen. Hahaha. Ja, auf VHS. Auf VHS. Es gibt auch Golden Türk, der ist noch besser. Golden Türk? Ja. Und von Paul Kumpa. Hast du dich jetzt mal entschieden, Colin? Danke an Jack Chrom für deine Stufe 2 zu Stufe 1 Satz. Dankeschön an Franzi, danke an Starkela. Ja, ah, da musst du links, schau mal links, siehst du da bei Loadout oder vielleicht auf Deutsch heißt es Ausrüstung, das zweite von oben links. Und da kannst du dann die Ad, da kannst du deine Ausrüstung ausrüsten. Wann krieg ich denn den Dings mal freigeschalten? Wer ist denn jetzt eigentlich Killer? Äh, ich war lang, war dann jeder von euch schon mal, soll ich wieder? Ja, wir waren jetzt alle schon. Ah, ich soll wieder, ja? Wollt ihr mich hören oder nicht? Ich hab irgendwas Rotes in der Hand, so einen Laserpointer. Äh, wie komm ich nochmal auf Killer, ich hab's wieder vergessen du. Was mach ich denn damit? Ich find das witzig den Killer zu hören. Switch to, was? Switch to Killer. Mit echt Geld? Was? So, die Huntress ist doof. Huntress. Hunt? Was? Wie ist denn der Trapper so? Kann man da, was macht der Trapper? Trapper Noah? Trap! Kaya, bist du jetzt der Killer? Ja, und ich kill dich als Ersten? Ah. Kaya, verschonst du mich, wenn ich vor dir twerke? Ja, okay. Ich mach das auch. Echt? Oh mein Gott. Wir twerken jetzt im Hockey. Siehst du dann aber auch alles aus? Aber ich kann das auch, Kaya. Ich kann doch auch twerken. Ich hab ne lustige Idee. Trügel mal alle ready. Wenn du twerkst, dann lass ich dich in Ruhe, Paul. Wo muss ich denn auch drücken? Ähm. Pauli, du. Wenn du in die Hockey gehst. Ah, Shift. Oder String. Nee, String. String. Also mach einfach String. Süß, hier steht der Zuschauer. Hallo Leonie. Fudo, Fudo, Fudo. Puh. 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 String. 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 Oh, beim Drachen steigen lassen. Warum geht's eigentlich nicht los? Weil Kaya noch seinen Killer auswählt. Aber ich bin auch ready. Alles gut. Soll ich mich jetzt muten oder wollt ihr mich hören? Nein. Wir wollen dich hören. Wollt ihr mich wirklich hören? Aber du musst nicht einmal ganz kurz muten einmal, Kaya. Nur fünf Sekunden oder zehn Sekunden. Ich muss denen kurz was sagen, okay? Du bist das geil. Was willst du mir sagen? Mach ich mal. Nicht dir. Den anderen. Ganz kurz. Mach mal so, dass du uns nicht hörst. 15 Sekunden, ja. Als wenn er das macht. Okay. Wir stellen uns jetzt alle in eine Reihe und warten bis er kommt und dann twerken wir, okay? Also String. Also String. String, String, String. Wo seid ihr alle? Wo seid ihr alle? Wir müssen es alle zusammen tun. Okay. Okay. Das wird so bescheuert. String. Ja. String, 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 String. Dann hängt er mich direkt an den Haken. Weiß ich jetzt schon. Und dann ist er mich wieder zu Ende. Nein. Das sagt doch sowas. Wir holen dich vom Haken. Ich bin doch heute heiser. Nicht zappeln am Haken. Ein bisschen. Du bist ein bisschen ruhig. Ich bin total heiser. Ich weiß nicht, wovon das ist. Ich weiß nicht. Ich habe in der Hand, habe ich so kleine... Leute, alle beim Krankenwagen. Böller. Böller! Böller ablegen. Böller ablegen. Böller ablegen? Äh. Sollen wir uns mal an Krankenwagen? Sorry, ich habe Böller abgelegt. Ah genau, sehr gut. Stellen wir uns mal an. Wo seid ihr denn? Am Krankenwagen. Mit dem Kopf zum Krankenwagen, oder? Dann können wir twirken. Quick, quick. Wer ist denn der alte Mann? Hier, ich, ich. Ihr steht hinter mir! Ich twirke! Ich twirke! Hey Kaya! Ich interessiere dich nicht! Wir twirken! Ich interessiere dich nicht! Ist mir egal, ich twirke weiter. String, 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 String. String, 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 String. Weil wer da steht, der wie so verklempt der Typ. Ah, ich hau ab, tschüss. Okay, tschüss. String, 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 String. Warte, ich muss den Mörder meinen Arsch entstrecken. String, String, String! String, String, String! String, String! Mein Milkshake bringen all the Kaya in the yard, and they're like, it's better than yours. Better than yours. They're wet. It's better than yours. Wie er da steht, das hätte er so keine Sätze. Danke Pao! Ach, bitte. Heißt der immer weiter, oder muss ich irgendwann stoppen? Ne, du musst noch weiterhalten, bis der Balken voll ist. Bisschen weiter links. Oh, weiter unten, bitte. Mann, hör doch mal auf. Entschuldigung. Ach, schade. Links, ihr kam es noch ein bisschen mit einer Soft-Spannung. Das war erfrischend, aber echt. Lucent, danke für ein Stufe 1-Hab. Danke an Dark Marie für vier Monate. Hallöchen, danke schön. Ach ja. Rinn! Kaya kann sich übrigens wieder entmuten, da wollte sie doch entmuten, oder? Er lacht. Ich bin im Schrank. Wen hat er da eigentlich so weggeklatscht von euch? Mich! Ich twerke ganz lieb. Seine Hose war nicht eng genug. Und er denkt sich, Bonny, Alter, das will ich nicht sehen. Nicht in dem Alter. Danke für 100 Bits. Also die Dinger sind random hier. Die man, die, die Generatoren, also es könnte jetzt wieder einer hier unten sein. Vor allem, warum gibt's gelbe? Oh, das war dumm. Und dann? Hast du einen fertig? Ja. Oh Mann, das war dumm. Gnu! Ja. Don't do this. Das ist jetzt bei dir gleich. Erzähl, ey. Ach, halt. I'm back in the game. Wir sind jetzt alle vier hier, oder was? Ihr müsst twerken. Twerk, twerk, twerk. Das twerken hat vorhin schon nicht geholfen. Twerk! Twerk! Look at that booty, man! Ich weiß, dass du es magst. Bloß, er haut dich schon wieder nicht. Nein, er steht einfach in der Panzerz. Oh Mann, oh Scheiße, ich sollte eigentlich sterben. Ich bin so schlecht gerade. Danke, Munde Bits, Yassi. Ich bin so schlecht, also eigentlich habe ich es nicht verdient zu leben. Nein, Kaya, bitte, ich twerk doch. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Also das mit den Häusern, das ist eigentlich ein bisschen unfair. Da kann es gar nicht gescheit abholen. Wir haben gerade als du Mörder warst, kein Generator gefunden. Was? Ihr habt auch drei gemacht? Also es hat ewig gedauert, bis wir die ersten Generatoren hatten. Paul, immer tauchst du auf, wenn ich am Boden liege. Ich fand es witzig, weil ihr habt die Generatoren alle in den Häusern gemacht. Nein, ich weiß nicht, was ich machen soll. Kann ich nicht irgendwie, kann ich irgendwas mit dir machen? Alles gut, ich bin geheilt. Wenn eine Frau am Boden liegt und stöhnt, einfach zu gucken. Nächstes Mal heiß zu Kaya, bitte keine Frauen mehr. Ja, ja. Kaya, wir können noch mal eine Runde spielen, aber lass die Mädels zu Hause. Möchtest du sagen nicht wieder Frauenrunde? Wo ist denn? Hallo, Mary. Schauen. Ja. Also wenn er kommt, müsste es schwirken. Das erwärmt irgendwie sein Herz hier, habe ich das Gefühl. Guck mal, was hat sie? Ah, ah, ah. Und? Kann ich mich ins Bett legen? Nee, ne? Trink? Nee. Trink. Es ist schade, dass man sie nicht hinlegen kann. Ja. Romantisches Spiel. Das würde Kaya wahrscheinlich auch gefallen. Was hast du denn wieder rausgeholt? Ne Taschenblender, ich kann ihn jetzt verwenden. Ich bin im Schrank, ich bin im Schrank, tschüss. Aber. Oh Gott. Mamikschick bringen alle Kaya in the Yards and they're like. Tinker, bist du das? It's better than yours. Dann weiß der hier. It's, nee. Es geht noch weiter runter, wo geht's denn dahin? Keine Ahnung. Komm, wir gehen zusammen, komm. Lass mal runtergehen. Ja. I will follow you. Ja, moin. Follow you wherever you are. Oh my god. Da ist ne Kiste. Was bringt die Kiste? Kannst du rein? Die Kiste. Dead by Daylight, das Musical. Musik so hot. Hier war es bei mir der Mordkeller. Der Mordkeller. Verbandskasten, nimmst du ihn mit? Ich habe eine Taschenlampe. Äh, wie nehme ich den denn mit? M? Oh. Also ich Maus. Okay, dann lass uns den nächsten Generator suchen. Mhm. Paul, sitzt du immer noch im Schrank? Nee, ich bin am Generator. Follow you, I follow you. Deep Sea Baby, I follow you. Ich höre so'n Glöckchen. I follow you. Mach doch string. Ich finde keinen Generator, ne? Das ist echt. Doch, der. Bei mir. Bei Paul ist einer. Oh, scheiße. Halt, halt. Er ist hier. Er ist hier. Oh. Ah, ich hab auch einen. Er hat mich gehauen. Ich hab auch einen. Ich blende ihn, ich blende ihn. Nein, dann mach doch auch. Ich hatte ihn geblendet. Du musst drücken. Das ist doch scheiße. Ich glaube, das war das letzte Mal. Der macht das gut gerade. Der holt immer Milch, jetzt steht dir AD, AD, AD. Ja, mach AD, AD, AD. Ganz viel, ganz viel. Mehr, mehr. Wackel mehr. Nein, nein. Einmal so hekt. Ich bin am hakeln. Ja. Du bist richtig spät. Ich hol dich sofort. No. Lass mich hängen. Mach lieber diesen turkey. Ja, er ist ja noch da. Er macht sich leider unsichtbar. Soll ich den Klopfenversuch unternehmen? Nee, ne? Paul nicht immer rennen, damit ziehst du eine Spur hinter dir her. Das war dumm. Kommt da noch jemand, oder? Ja, guck mal, da bin ich. Ah, danke. Komm runter, ich mach mal. Fuck, ist bei mir. Ich darf nicht mal springen. Ich kann mich irgendwie nicht heilen. Ich weiß nicht, wieso. Und wenn ich so mehrfach springen mache? Hm, hm. Nicht mal optisch. Also es ist auf jeden Fall schön, aber es hilft nicht. Guck mich, Tokaya. Du könntest dich auch selber heilen, eigentlich. Was brauche ich denn? Wenn du Selfie dabei hast. Sinn? Ich sehe, wie ein von euch hinterher düst. Oh nein! Das ist so gut, das bin ich. Gott sei Dank. Twerk, vielleicht lässt er dich. Twerk! Twerk, was ist Zeug hält? Oh Gott! Er schaut mir wieder zu! Schau dir diesen Booty an, hast du schon mal sowas gesehen? Squat! Jump Squat! Jam 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 Squat! Geht einfach! Scheiße! Paul, hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! Ist er noch bei dir, Synthica? Nö! Nee! Okay, dann müssen wir rennen, Paul. Paul, was machst du denn? Ich brauche eine Massage. Massache. Ich will halt wirklich gehen. Ich brauche eine Massache. Oh, ich gebe den Massagen. Wir brauchen nur noch einen Generator by the way. Ich finde keinen, leider. Voll süß von Kaya, gell? Weg, 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 weg. Aua, er hat mich traut. Weg, weg. Von Karius Jana. Weg und weg und weg und weg. Ah, dann ist es der hier, der steht. Ach, hier ist ja noch einer. Ja, den müssen wir machen. Ja, dann machen wir den noch. Wenn er kommt, dann müssen wir twerkeln. Ja. Ups. Ich gehe. Nice. Nur du musst hierbleiben und twerk für uns. Ja, okay, warte. Oder hol Paul vom Baum. Ja, das wäre schön. Ich tue, ich tue, ich tue. Ich hole dich Pauli. Boah, wenn ich was nicht kann, dann sind diese Scheißdinger. Mann! Pauli, ich hole dich. Oh nein, Paul, was hast du jetzt gemacht? Ach, ich wurde schon wieder geimpft. Das gibt's doch nicht. Du hast aufgegeben, Mann. Ich gebe nie auf. Aber ich habe auch... Mit Skype, wie er immer dasteht und komisch guckt, weil ich nur twerke. Ich habe ganz oft auf String gedacht. Twerk weiter und erst bei uns twerk. Bitte twerk. Don't you come back. Don't you come back no more, no more, no more. Und im Kaia gefällt's. Im Kaia gefällt's. Oh mein... Oh! Das war, weil ihr ihn angeläuschtet habt. Könnt jetzt übrigens das Törchen aufmachen, wenn ihr wollt. Wie er immer wegrennt, wie so eine kleine beleidigte Leberwurst. Jetzt komm doch her. Nur weil sein Charakter nicht twerpen kann. Ich kann dich trotzdem noch sehen, Kaya. Vor wem hast du jetzt Angst? Bin ich so da? Vor wem hast du jetzt Angst? Jetzt ist er weg. Da ist er doch. Komm her. Siehst du, wie viel Blut ich verliere, Kaya? Das ist nicht, wenn ich mich zeitendlich zu schüchtern. Jetzt zeig dich doch endlich. Der verhält sich wie ich ja früher am Morgen. Wenn ich ungeschminkt bin, dann will ich auch nicht so unsichtbar sein. Jetzt komm doch her. Kaya, wie so eine beleidigte Leberwurst läuft der jetzt weg. Wie so eine Maid. Guck mal, wir twerken ihn einfach nur an. Ja, aber der rennt halt weg. Kannst du nichts machen, ne? Nein. Ich glaube, der steht nicht auf meinem weißen Bart. Wie finde ich jetzt den Ausgang? Ich glaube, der ist neidisch. Du musst jetzt irgendwo am Rand der Map immer... Lauf mal ganz außen entlang. Da kannst du nämlich das Tor dann irgendwie öffnen. Er läuft weg wie so ne... Wie so ne Madame, die nicht... Oh ja. Jetzt hab ich ihn verloren. Oh. Oh, das ist traurig. Komm, wir machen das Tor auf, Leute. Jo, machen wir. Der Jäger wird zum Gejagten. Der war wirklich von so zwei Twerker-Damen. Weißt du, wie so ein gut aussehener Typ in der Disco und so, der keinen Bock mehr hat? Oh, bleib doch! Was sind denn diese Türen? Bei mir ist eine. Hier ist eine. Da ist er auch. Ich hör den Herz schlagen. Machst du? Jo. Mach schon mal die zwei. Look at my booty. Look at his fucking ass. Oh, yes. Pew, 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 pew. Das ist geschafft. Ja. Ja. Ich bin raus schon mal. Ich muss nur, ob er kommt. Wo bist du denn du, Tinker? Ich bin, I survived. Ach, der arme Pauli. Paul und ich kennen. Danke, Fräulein, für dein Prime. Danke, Snowy, für 100 Bits. Und danke, Torti, für ein Geschenk in Stufe 1. Wie ist das? Guck mal, da habe ich mit, hast du gerade gesehen? Oh, Mann. Boah, halt, ich gehe gleich zum richtigen Krampf mit dem kleinen Finger. Ja. Das ist beim Twerker normal. Ach, okay, du kennst dich aus, also. Beim Finger tut auch mal weh beim Twerker. Wo bleibt der denn? Wo bleibt der denn? Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Ich glaube auch. Wenn du gleich rechts reißt dein Jeansrock. Aber echt. Wenn du meintest ... Warte. Oh, ist da ein bisschen X-Beine. Die Krähe wird schon ganz nervös. Die wird echt ganz nervös. Die sagt, hört auf, sexuellen Content zu produzieren. Hört auf. Ja. Ein Krähe. Einmal eine Beuchtung. Danke für 100 Bits. Instant-Handlung. Oh, da ist er ja südlich. Au! Twerk, ich twerk doch für dich. Hit the road, Jack. Nein! Das hätte ich auch gemacht. No more, no more, no more, no more, no more, no more. Ich kriege weg! Ich kann mir am Arsch lecken! Du kannst wegkriegen, ja. Ich sterbe mit Kaya zusammen, das ist romantischer. Er hat mich nie getötet. Was hat Kaya denn für dünne Beine? Hey, Kaya, entspann dich mal. Das liegt man im Club nicht. Deswegen hat er die nicht mittrainiert. Das kann ich nicht mehr twerken, Mann. Warum ist sie nicht mehr? Ah, zu viel abradieren. Komm, Kaya, bring mich zum Ausgang, Mann. Das hat ja in Ehren... Oh, süß! Oh! Weil kann ich dich nicht rausschmeißen? Ey, er kann mir im Rock gucken. Achso, ich muss mich herauswinden, oder? Ich muss sie jetzt rauswinden Ach, komm ich lass das, ich sterbe mit ihm zusammen. So, jetzt kannst du unter meinen Rock gucken, Panzu. Guck mal, das macht Kaya extra, dass er das Bild so hängt. Okay, wir sterben zusammen. Macht's gut, Leute, das war schön mit euch. Stirbt der Kena jetzt auch, rot, smarter du nicht entkommen bist? Nee, ich sterb in den Armen des Killers, ist doch voll romantisch. Du hast doch irgendein Untergrund, wo du da unten drunter rissst. Boah, jetzt lässt du mich voll fallen. Oha! Oha! Oh, Scheiße! Was ist denn das für ein grausamer Tod? Ja, das ist die zweite Impfung. Ähm. Hast du da grad einen Monsterstachel in deinen Kopf gekriegt? Ja, ich hätte zu viel Animes geschaut. Oha! Danke, Farmers, für heute bitte. Danke, Timo, für den Prime. Ich wollte dir ja helfen, dass du escapest. Also, das war, glaube ich, der perverseste Mord überhaupt, oder? Ja. Er war etwas hart. Ja, ich war so arbeitslos, wir sollten das twerken nur einmal machen. Aber wenn ihr ständig twerkt, dann habe ich ja nichts zu tun. Wir wollten dich aus der Reserve locken. Du hast trotzdem auf mich eingedroschen, ganz am Anfang. Wir wollten dich aus der Reserve locken. Das war ein Versehen, das ganz am Anfang. Aber jetzt könnt ihr... Wir können gerne so eine twerk-Regel machen, aber ich würde es nur einmal machen. Nein, nein, das war jetzt eine Ausnahme. Okay. Das war eine Ausnahme. Aber ich glaube, ich wäre dann auch demnächst mal raus, Leute. Ja. Ja. Noch eine Runde, oder demnächst, oder demnächst? Ich würde sagen, eine Runde noch und dann... Eine Runde noch? Ja. Okay. Gerne. Gut. Nice. Wer ist Killer? Paul. Ich bin hier gerade in der Ausstattung und habe gerade eine glänzende Nietenjacke an und eine rote Kappe. Siehs aus. Siehs aus. Siehs aus wie einer von Tokio Hotel. Ja. Von damals. Die Hose noch ein bisschen enger. Die Hose noch ein bisschen enger. Am Ende der Teile. Ich find's auch unauf... Super. Ja. Lala. Ja, los. Paul. Trau dich. Ich hab hier noch was unauffällig. Das sieht gut aus. Das sieht der Killer auch nicht. Wo kann man denn... Dankeschön an Bellenimo. 500 Bits. Dankeschön. What? Ja. Achso. Loadout. Hab ich vergessen. Ne. Hab ich ja alles. War ja gar keine. Wer ist denn Killer? Du. Woher hab ich denn was ultra rare mäßiges? Fuck yourself. Kein Phasmo mehr. Das Problem ist... Bei Phasmo müsste... Wir sind ja zu 5. Das heißt bei Phasmo... Danke Pinselwind für dein Prime. Bei Phasmo müsste einer raus. Und ich weiß... Das ist blöd... Wenn 5 da sind... Ne Gruppe zu bilden... Und einer muss gehen. Wisst ihr was ich mein? Das sind so... Vibes... Die ich als Streamer... Dann blöd finde... Jetzt zu sagen... Hey, ich bin mal Phasmo... Und einer muss dann sagen... Okay, dann bin ich raus. So. Wisst ihr was ich mein? Miss carefully. Dank für den Prime. Gucken wir mal... Vielleicht wenn ich die Runde beende... Sagen sie Phasmo... Und einer von denen sagt... Ehe sie gehen... Dann spiel ich noch Phasmo... Aber warten wir mal ab... Was passiert... Okay? Wir überlassen uns mal den Zufall... Ehhhhhhhhh... Sooo... Bist überroyal... Supergnu... Dankeschön... Ach nee... Das ist aber auch was... Was man in der Streamingzeit... So ein bisschen merkt... Ich hab auch schon viele dumme Sachen gemacht... In Streams... Wo ich nicht drüber nachgedacht hab... Wie es vielleicht rüber kam... Und das lernt man dann einfach... Und jetzt haben wir sie schon wieder... Müde? Willst du grad wirklich wissen, was ich gemacht hab? Ja... Wenn ich gefürzt hab... Weil es gerade so erleichternd war... Ich muss auch voll dringend pinkeln... Aber ich kann nicht... Weil wir die ganze Zeit hier weiter starten... Deswegen musste ich grad irgendwie Platz da unten schaffen... Oh Gott... Er kam dann hinter mir... Ja... Der spür ich den Geist? Was kann denn der Geist? Nix! Gar nichts? Ich glaub nicht... Boah... Siehst du wie ich hoch booste? Ohhhh... Siehst du das? Ohhhh... Ohhhh... Habt ihr das gehört, was ich gerade gemacht hab? Hast du es auch gepupst? Nein... Ach schade... Hast du schon mal im Stream gepupst? Nee... Nee... Echt nicht? Ihr beide nicht? Tinker? Nee... Das war ein richtiger Hostschiss... Da kam noch was mit... Aber echt... Ihr habt angefangen... Aber echt... Man muss doch manchmal pupsen... Beim Syndica auch beim Tanzen... Ey... Da würd ich die ganze Zeit furzen... Das geht ja eigentlich... Also... Ich weiß nicht, ob es an meinem Schließmuskel liegt... Aber ich würd mal sagen... Ich pup's schon öfter mal... Also... Ich würd jetzt nicht behaupten... Dass ich beim... Ich hab jetzt gedacht... Beim... 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 Also... So dass man's hört... Nee... Nee... Schon... Also... Streamers streamen noch um die 12 Stunden am Tag... Also... Ja... Eben... Also... Ich hab... Oh nein... Scheiße... Ich bin tot, Leute... I'm dead... I'm so dead inside... I'm so scared... Er hantet mich... Er hantet mich... Er hantet mich... Er holt mich... Oh... Er ist so lost... Ja... Schreib was im Buch... Genau stimmt bei ihr... Schreib mir das Buch... Schreib mir das Buch... Wie heißt du... Kill... Hide... Attack... Nein... 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 Bitte nicht... Bitte nicht... Oh mein Gott... Du hast so schweren Generator zu finden... Leute... Ich lenke ihn gerade richtig schön ab... Ja... Jetzt ziehst du ihn gerade weg von dem Haus hier? Ja... Er ist gerade gegangen... Danke... Ich brauche einen Generator mein Schatz... Nein... Er sieht mich halt wirklich nicht... Oh mein Gott... Es ist so ohne übersicht... Es ist so süß... Es ist wirklich sehr schnuckelig... Am Krankenwagen... Ist ein Generator... Oh... Hier ist einer... Oh... Total versteckt... Im Haus ist einer im ersten Stock... Ach... Ach... Er ist wirklich schön... Am Krankenwagen... Vorne rechts... Ist ein Generator... Falls jemand sucht... Okay... Ich bin auch gerade an einem... Sag mal... Sind die Skillchecks zufällig? Ich kriege hier nur Skillchecks um die Ohren gehauen... Ja... Ich glaube schon... Man hat manchmal gar keine Gefühl... Skillcheck yourself... Er ist bei mir... Hör ihn... Hör ihn... Weißt du ihn auch? Ja... Er ist bei mir... Kannst du ihn ablenken von mir? Ja... Oh... Natürlich... In dem Moment wo er in der Nähe ist... Hau ich den Skillcheck weg... Oh... Gott... Du lenkst ihn so gut ab... Mach weiter so... Läuft er ins Haus oder kann ich weitermachen? Er läuft bei mir... Er läuft bei mir... Er ist bei mir nicht... Nicht mehr in der Nähe oder? Er geht nicht ins Haus... Danke... Oh mein Gott... So verkack ich den Skillcheck nicht... Er tut mir halt wirklich ein bisschen leid... Ja... Hatte denn jemand erklärt... Mit dem Aufhängen und so... Oh mein Gott... Lass mich von dem treffen... Aua... So... Ich bin am letzten Generator dran... Ihr könnt ihn so lange ablenken... Dann machen wir eine Tür auf... Boah... Ich bin so schlecht... Ich hänge gleich an einem Haken... Scheiße... Holt ihr mich da runter? Ist er noch bei euch? Ist er noch bei euch? Er ist bei mir... Er hängt mich auf... Ich hänge... Ja... Oh... Ja... Komm... Geht von uns weg... Boah... Das gibt's doch nicht... Ist er noch bei euch? Ich weiß nicht... Er kämpft ein bisschen... Und jetzt geht er weg von uns... Ja... Weil er weiß, wo ich war... Okay... Okay... Danke... Wir holen dich vom Haken... Sekunde... Er ist aber immer noch da... Er ist immer noch da... Pass auf... Ja... Voll Assi... Kannst du den weglocken... Und ich hol sie vom Haken... Ja... Bist der Plan... Okay... Wo geht der denn hin? Der rennt... Du hast den... Du hast den verloren... Okay... Okay... Mach mich schnell runter... Ja... Dankeschön... Komm mit... Komm mit... Komm mit... Ich höre ihn immer noch... Ja... Jetzt ist er weg... Wir müssen doch mal den Generator nach oben im Haus zu Ende... Das Perk mit dem Aufdecken, wenn jemand hängt... Ist echt stark... Ja... Ja... Wer hat denn... Hab ich das Perk? Ich hab das nie wirklich gerafft mit den Perks... Wo ist er denn? Wieso hab ich das Spiel auf Englisch? Das hab ich auch nie verstanden... Der ist ganz nah an mir... Ich will dich weiter sagen... Sinti ranmacht mit dem Streichen... Wird Early aber sauer... Was? Was schreib denn jetzt nicht hier für'n Scheiß? Ach... Der Chat meint... Ich bin mit Early zusammen... Das... Bist du nicht mehr? Weil ich immer... Was? Psch... Das ging... Ach... Es ist endlich raus... Es ist endlich raus... Nein! Der liegt... Der liegt... Der liegt... Hat das nen Grund? Ja weil... Weil Early und ich im RP zusammen sind... Schon seit Mai... Ach so... Und die verwechseln immer Real Life mit... Das RP oder was? Ja... Ihr wisst... Wir haben alle zusammen einen Fünfer für die Community... Wir sind natürlich keine... Keine Kollegen... Wir sind alle zusammen... Das ist immer so... Ich bin ein Kolokollegen... 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 Was ist das Exit? Kolokollokollokoll... Kolokollokoll... Er ist immer noch hinter mir... Mann! Ach so... Wir können raus... Können wir raus hier... Hat er irgendjemanden gekillt, der Vogel? Okay, das ist die falsche Tür... Ja... Ich möchte Paul noch ne Chance geben... Ich such jemanden... Wo ist denn die Tür? Ich bin überhaupt nicht... Ist die Tür schon offen? Wo ist Paul? Paul ist der einfachste Killer, den man haben kann... Oder? Er lässt alle leben... Ich kann mir einer sagen... Paul, ich bin hier... Wo ist denn die verdammte Tür? Ich dachte, Kaya wäre mit Paul zusammen... Das ist korrekt, aber das hat mit Sinti gar nichts zu tun... Aber... Aber Paul... Ach so... Ich biete mich dir doch an... Hier! Truck! Er möchte mich... Hier! Paul! Hier! Wo ist denn die Tür? Ich finde nichts... Jetzt muss er mal schnell sein... Weil jetzt versuch ich weg zu rennen... Eigentlich... Komm, faire Chance... Der Geist ist schlechtes Spiel... Was ist denn da für eine Spinne? Ach so... Ich glaube, wo... Den Exit nicht... Truck! Er sieht uns nicht, ne? Truck! Chip! Chip! Oh mein Gott, er haut rein! Ich wusste es! Nooo! Oh mein Gott, er will es echt drauf anlegen! Arm out! Tinkas! Danke an Barlow für deinen Prime! Danke an Luke für deinen Prime! Danke an Jason für den Super 1 Sub! Ich schaff das! Ich schaff das! Ich schaff das! Lass mein Fuß los! Komm, gib mir Spektate! Gib mir Spektate! Ist jemand gestorben? Mein Spektat bin ich rausgekrabbelt! Ach, hast du es auch noch geschafft? Gerade so! Also die alte, die echte... Das ist... Der blöde, das ist wie so ein Bofrost-Fahrer, dieser Killer... Kannst nicht zwar teleportieren, dann macht der erst mal so eine Pause von einer halben Stunde und erzählt... Das Knoppers-Frühstückchen, das ist ja nicht normal! Du bräuchst eine andere Waffe, du bräuchtest eine... Die schalte dich nicht um auf Rellgaard! Die Vorderil... Das ist ein EMF, genau! Da hat die teleportiert und dann macht die erst mal so... Such nach ihrem Asthma-Spray und dann sind so 6 Sekunden weg! Blöde, echt! Ich opfere für den Kanalpunkt im Hals zu sagen, hi! Hi! Ja, ich wurde einmal geblendet in der davor! Ja, das haben wir gesehen! Funktioniert, ja! Dann habe ich einfach zugeschlagen, jemand war vor mir, sorry! Ja, das habe ich gesehen! Das war richtig zickig dann! Der Chat sagt aber auch, dass die schwer zu spielen ist! Ja! Ja! Kann man mit denen nur noch gut spielen? Wie fandest du das Spiel, Paul? Willst du dann nochmal spielen? Bitte? Paul? Paul? Gefällt dir das Spiel? Ja, das ist schön! Das macht Spaß mit euch! Ne, das war echt schön! Aber dann sage ich jetzt Tschüss! Ja! Schöner Abend! Danke! Danke euch! Bis bald! Ja, danke euch auch! Tschüss! Bis bald! Tschüss ihr Schnitzel! Tschüss! 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 Pietro. Maija, tschüss! Do vous